Und da sind wir wieder mit Call of Duty Vanguard. Das hat jetzt ein paar Tage länger gedauert leider, aber was soll ich sagen? Battlefield 2042 kam raus. Aber jetzt wird wieder reingezockt. Ich hoffe, wir kriegen das Ding mal durch. Achso, ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Ich bin auf Windows 11 unterwegs jetzt. Ich habe nämlich einen neuen Prozessor. Nur 9 Intel 20, nee Quatsch, 12 900K. Also sollte das ja eigentlich komplett noch besser laufen jetzt. Mal gucken. Kann natürlich auch sein, dass wir das spüren, wenn das 11 gar nicht läuft. Dann wird es ein sehr kurzes Video. Ach, da ist der Safe Spot. Safe Spot. Safe Point. Safe Game. Quick Save. Alright. So, genau. Petrova. Meldet sich zum Dienst. Geh nach Hause. Hä, was? Wieso? Nee. Dude, hä? Ich bin jetzt hier? Wieso hat er denn das alles nicht gespeichert? Warte mal. Hä, Moment. Der Fall ist jetzt... Hey, geh wieder rein, Mädchen. Fick dich, du Wichser. Na, siehst du. Geht doch. Ähm. Hä? Warum ist denn jetzt... Warte mal. Der hat das jetzt nicht gespeichert? Ey, Call of Duty. Ganz ehrlich. Kannst du irgendwas? Der eine Aspekt, wo die Leute sagen, das lohnt sich vielleicht und nicht mal das geht, ey. Ich flipp aus, dude. Jetzt komme ich endlich dazu, die Scheiße weiterzumachen. Die Zeit ist eh knapp bemessen. Und jetzt muss ich diese ganze Kack-Mission nochmal durchspielen, oder was? Und was sollen diese Ladebildschirme, Bruder? Halt die Fresse. So. Ich musste jetzt tatsächlich diese ganze Passage nochmal spielen. Und bin dann jetzt endlich da, wo wir letztes Mal waren. Versuchen wir es diesmal nicht schleichen. Warum nicht? Wenn wir schon mal die Chance dazu haben. Bisschen Stealth-Areno. Ah, ja. Hier sind auch überall so... ...nette Löcher. Wo man durch kann. Das ist wahrscheinlich eigentlich auch der Plan. Das ist immer geil, dass die halt so stehen, dass man sich schön alle wegmessern kann. Das bezweifle ich aber auch. Wertvolles. Also die Stalingrad-Mission an sich finde ich tatsächlich gar nicht so übel. Aber es ist natürlich... Übrigens passt die Musik überhaupt nicht zu dem, was gerade abgeht hier, finde ich. ...und schleicht ein Messer drum und im Hintergrund geigt sich einer halt um sein Leben. Okidoki. Egal. Gut. Ich glaube nicht, dass mir das was nützt. Das ist denn ein Sturmgewehr dort? Oh, mir hätte hier aber keine Muni für, ne? Und die ist aber nice. Unten war doch ne Muni-Kiste. Alles sicher. Patrouliere weiter. Alles klar. Sag Bescheid, wenn du was findest. Ich hab'n Messer gefunden! Das Volkssturmgewehr ist auch stark, glaube ich. Der hat mich gar nicht gesehen. Ach, hier sind nur ein paar tote Ivans. Alles klar. Wir heißen nicht alle Ivans. Wir heißen ja manchmal auch Beuys. Also sie haben teilweise echt gute Atmosphäre. Aber ein bisschen bessere KI hätte jetzt nicht geschadet. Lol. Kurz regenerieren, wa? Hä, warum wissen die jetzt, dass ich hier bin? Ja, super, Digger. Man bleibt mal schön in einer Reihe. Werfe eine Granate! Ich merke gerade, dass das Aiming sich doch ein bisschen vom Battlefield unterscheidet. Glücklicherweise muss man hier nicht so dead accurate sein. Oh, shit, Alter. Hinter mir ist auch einer. Ach, da ist ne Treppe, Leute. Fuck. Ey, wie viele das einfach noch sind. Ah, okay. Er speichert hier dann alles. Ich glaube, ich habe das so ein-, zweimal schon gesagt. Aber die Mucke in dem Game feiere ich tatsächlich. Schlüssel der Nachtigall. Ich glaube, ich finde es hier keine Muni für das Scheiß-Ding, ne? Ich komme doch über die. Ich muss auf jeden Fall eine deutsche MP mitnehmen. Wenigstens immer mal ein bisschen Munition. Das ist ja wenigstens immer eine Passage, wo wir mal ordentlich was abgeht hier. Wow, shit. Ich dachte, cool, die laufen alle weg. Alter, wie viele sind denn das? Die muss man auch noch wirklich in den Umsatz bekommen, oder was? Man sieht ja gar nichts. Du Wichser! Okay, check ich nicht. Da kommen auf einmal 6 Millionen Gegner. Die durch den Rauch gucken. Ach ja, die Ladezeiten haben sie übrigens nicht verbessert. Selbst auf dem niegelnagelneuen System nicht. Auf einer ganz neuen M.2 SSD. PCI 4.0. Beziehungsweise vielleicht ist es ein bisschen besser geworden, aber nicht viel. Also schon krass. Finde ich schon sehr eigenartig, wie lang die Ladezeiten sind. Da merkt man halt, dass da wahrscheinlich einfach wieder alles völlig unkomprimiert reingeballert wurde. Was auch diese riesigen Game-Files und Patches immer erklären würde. Aber ja. Da müssen wir jetzt durch. Ist immer toll an Uncut, wenn man dann die Passagen irgendwie... Ah, okay, alles klar. Äh, immerhin hast du jetzt gespeichert. Oh, SDG, Alter. Ja, moin. Jetzt haben wir doch eine Waffe. Können wir nochmal einmal irgendwo eine Moneybox finden. Das ist eine hier. Okay, apropos ausbrennen. Ich glaube, ich muss sie gar nicht alle töten. Wo habe ich denn... Ne, doch, alle Deutschen im Gebiet ausschalten. Das ist gut. Ich muss wieder zählen. Das ist echt gar nicht mal so ohne auf Veteranen, Alter. Dadurch, dass du halt so mega schnell verreckst. Ah, okay. Die feuern auf die letzte Position, in der sie mich gesehen haben. Wie das aussieht. Aber 200 FPS, zumindest im Tunnel. Okay, also man soll hier halt die ganzen Tunnel und so nutzen. Interessante Scheiße. Ach ja, der sieht mich natürlich sofort, klar. Oh, Fing. Verpackt. Sneaky, sneaky. Wer, die landet hier drin, Alter. Wahrscheinlich kann ich hier einfach sitzen bleiben. Wow. Die verschlägen sich denn vor dir. Ach nee. Weg damit. Okay, lieber mal die Posi wechseln. Werde ich denn schlechter getroffen, die nicht zu machen, da drin? Oh, nice. Oh, das war gar nicht mal so ohne. Ich glaube, sie sind dort. Kannst du uns jetzt befreien? Gar kein Fall, Digger. Hier sind noch 30 Schuss drin, Alter. Warum kann ich jetzt die Munition nicht mitnehmen? Das ist Absicht, dass das so eine beschissen kurze... Es ist dringend, das war unglaublich. Wir gehen. Jetzt. Gespoid, ich hatte solche Angst, dass du... Ich? Du bist es doch, der gefesselt ist. Schöne dich um die anderen. Paulina? Papa? Er ist tot. Oh. Oh nein. Mischa. Nein. Mischa. Nein. Wir haben keine Zeit. Wir müssen deine Leute hier wegbringen. Kaffe. Wenn wir hier noch länger bleiben, sitzen wir in der Falle. Ja. Richtig. Okay. Gehen wir. Mischa, wir müssen zur Volga gelangen. Wie kommen wir aus diesem Gebäude? Mischa, konzentrier dich. Wie kommen wir zum Fluss? Ich habe geguckt, ob ich auch noch genug Speicherplatz habe. Und nicht, dass mitten drin die Aufnahme crasht. Das wäre es noch. Ich bin durch die Kanalisation. Die Deutschen blockieren den Hof. Das wird schwer. Hast du noch mehr Vorräte? Waffen? Irgendwas, das ich benutzen kann. Ich weiß, dass Soldatinnen vom Dach verteidigt haben. Sie hatten ein Funkgerät. Vielleicht sind da auch Vorräte. Ich gebe euch von dort aus Deckung. Bring du unsere Leute zur Kanalisation. Wie du meinst, Zestra. Vielleicht kannst du von dort aus aus Dach klettern. Jo. Klasse. Räuberleiter. Vor allen Dingen, sie kann doch hier an dem Rohr schon klettern. Also wäre da jetzt kein Rohr, okay. Und er würde nicht wollen, dass wir hier im Postamt durch ein paar Bastarde sterben. Er wäre stolz auf dich. Stolz auf uns. Die, also schnell, den Stolz-Talk am Start auf jeden Fall. Nicht für fair. Fünf Minuten, nachdem Papa tot ist. Zack. Na, okay. Sie klettert aber immerhin nicht am Rohr. Das ist wenigstens konsequent. Hätte ich denen jetzt zugetraut, dass wir jetzt... Das sieht halt einfach so Banane aus. Ähm. Ich habe ein Funkgerät gefunden. Polina, siehst du eins auf dem Dach? Kannst du mich hören? Bli hat dich empfangen nichts. Borsche, ich hoffe, du hörst endlich mal auf mich. Wir sitzen im Krater bei der Wand fest. So, wo soll ich hin? Polina, wir laufen auf dein Zeichen zur Kanalisation. Ihr seid der Federgeber! Akzeptiert meine Niederlage! Russischer Schafschütze! Lebt deine Roppen wieder auf Ergiebsel! Alter, ey, die drücken aber auch die Kollegen. Das sind auf jeden Fall keine Sturmtruppen aus Star Wars, Alter. Das sind definitiv richtige. Ach so, jetzt kann ich... Muss ich jetzt noch sagen, läuft los. Oh, Mann, ich bin stolz auf dich. Oh, Mann, ich bin stolz auf dich. Wir kommen noch mehr von rechts, Polina. Ja, ja, ich merke's. Ja, deutscher Abschau! Ja, die sind all diese deutschen Herge gekommen. Jetzt habe ich auch volle Munition hier, nice. RIP-Aim. Ach, ich muss gedrückt halten, Lul. Hey, wie viele Molotovs hast du noch übrig? 500. Ah, okay, der nimmt wirklich welche raus. Krass. Also, da hätte ich nicht nur mitgedrehen. Ich dachte, die sind jetzt da unbegrenzt zu erfügt, oder? War das jetzt quasi so die geskriptete Erinnerung, dass ich Mollys hab, oder wann? Ich bin Papascha, die ich dabei sehen könnte. Hey, hey, hey! Pass auf, wenn du erschießt! Aber ist fünf Minuten tot und jetzt feiern wir es schon wieder. Was ist los, was? Irgendwo sitzt da einer hier, oder was? Okay, sie hat auf jeden Fall einen guten Wurf an. Okay, Leute, runter in die Kanalisation! Polina, gib ihnen Deckung! Nur nicht runterfallen. Lauf durch! Der ist voll durchgelaufen, mutterfuck. Ne, die fühlen sich tatsächlich offen. Wir nageln uns von oben an der Hotellobby fest! Oh, naja. Oh, die NPCs haben was erschossen! Was geht? Wer wird das überlegen? Der Schmutzfink. Potato Aim! Loll! Ich bin halt... Ich bin halt voll raus, jetzt durch Battlefield. Polina, komm hier runter! Und zur Kanalisation! Jaja, ist ja gut, entspann dich. Wee! Powerslide! Jetzt geh ich erstmal wieder in den Tank. Lauf, Bitch! Lauf! Lauf, Alter! Schön mit dem Zippo, Alter. Stalingrad zu überleben war keine Kleinigkeit. Zu entfliehen... Noch schwieriger. Aber niemand entflieht so etwas wirklich. Blut, das möchte ich mir niemals vorstellen, Alter. Die Nazi-Kriegsmaschinerie hatte uns alle berührt. Etwas Bedeutendes weggebrannt. Ich denke, das war es, was uns für die SOI interessant machte. Aber bei Polina reichte die Wunde bis ins Mark. Sie war dazu bestimmt, sich zu revanchieren. Und das machte sie zum tödlichsten Mitglied meines Teams. Eine rührende Geschichte. Du konntest nicht mal das Leben deines Vaters retten. Oh. Also sag mir, warum ist eine Russe mit einem alten Gewehr Teil einer alliierten Geheimoperation? Du machst mir keine Angst, kleine Maus. Du verstehst das falsch, Mädchen. Es ist nicht nötig, dass du Angst hast. Es genügt mir, dass du schreist. Was bringt deine Freunde zum Reden? Wieso? Weil ich eine Frau bin? Du bist nichts ein guter Rennen, oder? Au! Sag mir, welche anderen Missionen haben die Alliierten noch in Deutschland? Nichts, was der Rede wert ist. So. Was ist denn der Rede wert, Fräulein? Friesinger. Hol ihn her. Bestimmt erzählen wir zwei die gleiche Geschichte. Weg mit ihr. Schicken Sie mir alles über Kommandant Steiner. Und alle Fotos der russischen Scharfschützin. Lady Nachtigall. Ja. Genau die. Und, äh... Herr Fräsinger. Ich wollte gerade zu ihm. Wir haben es durch die Frau bestätigt. Der sechste Alliierte ist tot. Ist das so? Na, er ist nicht tot. Natürlich nicht. Aber wir den jetzt spielen müssen. Ein Amerikaner. Verhaftet in Tempelhof. Ein Flugzeug? Das ergibt keinen Sinn. Die haben Sie lächerlich gemacht, Richter. Und Sie machen das Gleiche mit mir! Der Amerikaner wird jetzt hergebracht. Wenn ich ihn selbst verhören muss, habe ich keine Verwendung für Sie. Bist du verletzt? Was glaubst du? Du wolltest nur nett sein. Was hast du ihm gesagt? Alles. Es ging um Foltertipps. Schon gut. Ich habe gelogen wie du. Hat er es geglaubt? Er brach ab bei der Erwähnung von Fräsinger. Da... 50-50. Vielleicht seid ihr beiden dran. Wenn wir hier rauskommen, dann werde ich zuallererst ins Kino gehen. Mir Le Trois Musketeer ansehen. Und lass mir von Edith Merah mein Herz brechen. Und du, Lucas? Ich geh erstmal in den Puff. Was machst du, wenn wir hier rauskommen? Ich geh erstmal in den Puff. Ich? Wenn ich daheim bin, esse ich Lemmikens bis zum Abwinken. Nur Kuchen. Die ganze Zeit. Was dir fehlt, weiß ich. Ja. Ich wünsche mir, dass die liebliche Barbara in meiner Kneipe mir Bier ausschenkt, bis ich diese Hölle vergessen habe. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Barbara. Alle, die ich liebe, sind tot. Und ich fühle nur noch was, wenn ich einen Deutschen sehe, der um sein Leben fleht. Also... Ich bin exakt dort, wo ich hingehöre. Wade erschien, genau wie ich gehofft hatte. Er spielte seinen Teil, ohne meinen Plan auch nur zu kennen. Das Team hatte ihn abgeschrieben. Aber ich zählte auf seinen üblichen Schaum. Trau dich das nochmal? Dann haben wir ein verdammtes Problem. Ihr Team hat mich angelogen, Lieutenant. Lieutenant. War das so schwer? Endlich etwas Respekt. Ich weiß, du bist der Sechster. Was wolltest du mit dem Flugzeug? Ihr Nazis. Ihr war wohl im stinkenden Pazifik. Wobei haben sie denn wohl noch gelogen? Sie hätten einfach Film draus machen können, Alter. So viel Zwischensequenz, wie da ist was geht. Wie lange gucken wir jetzt? Über zehn Minuten Film. Mindestens. Wenn wir ihn über Midway reden, wusste man, dass ihm Übertreibungen nicht fremd waren. Die Geschichte klang bei jeder Erzählung etwas anders. Er fügte seine Abschussliste ein paar Zeugen zu dem Flugzeugträger hinzu. Aber ich habe die Berichte über den Tag gelesen. Wenn Wade übertrieben ist, dann nur etwas. Oh, ich darf spielen. Wahnsinn. Unser Primärziel ist die Zerstörung der beiden japanischen Träger. Die VS- und VB-Staffeln übernehmen je einen. Jagdstaffel 6 gibt Deckung. Wenn das Wetter hält, sind wir raus, bevor sie uns bemerken. Dieser Sieg sichert uns den Pazifik. Was ist ein Problem, Cowboy? Und jetzt raus da. Unterledigt die Träger. Als wäre der Einsatz nicht schon schwer genug. Jetzt hängt der ganze Krieg davon ab. Entspann dich, Hernandez. Dafür wurde ich geboren. Ich aber nicht. Tina, also... Ich weiß es nicht, ne? Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fernandes ein Pilot gewesen wäre im Zweiten Weltkrieg. Also ich meine, alle waren damals recht, 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 oder? Du hast nicht gefragt. War noch ein sehr vereiltes Gesellschaftsbild. In allen Nationen. Nicht so krass wie bei uns natürlich. Ob die Aufklärung mit der Flottenposition recht hat? Hoffentlich! Wenn wir das hier schaffen, schreiben wir Geschichte. Klar, aber ich will heute noch nicht Geschichte sein. Also, tu uns den Gefallen und verzichte auf deine irren Stunts. Stunts? Ich mach keine Stunts. Findejo. Fragst du dich nie, warum du noch nicht befördert wurdest? Warum das Glückscheiße? Weil das hier nicht die Wade-Jackson-Show ist. Was stimmt mit den Stimmen nicht? Wir wollen alle nur gewinnen und heimkennen. Also nun einfach nur die Silos vom Hals und ich bring uns heim. Hey, haltet den Aufzug an! Klar, Pazifik. Fliegen wir jetzt Pearl Harbor oder was? Ah ne, Quatsch. Geht ja gar nicht. Gehst du mir hoch, Bruder? Danke. Ich helfe dir, Jackson. Bring uns hoch! Wie viele Orden kriegen wir wohl, wenn wir das hier schaffen, Jackson? Kriegen? Sie werden eine nach mir beenden. Okay, ich bin mit Sicherheit der Gunner. Denk daran, dass wir da oben ein Team sind. Bleib diesmal in Formation, sonst nimmt der Sarge dir beide streichen. Aber geil, Alter, mit dem Flugzeugträger hier auf jeden Fall. Hinscheiß muss ich ertragen! Wie herrlich! Ideales Wetter zum Fliegen. Das ist fett. Genau wie die in Battlefield 4. Die Flugzeuge sehen auch fett aus. Unsere Lady wartet. Komm schon, der Mut, geh nicht noch! Das sieht cool aus hier. Nice! Und die Flugzeuge sehen auch fett aus. Das ist geil. Yeah, 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 yeah. So. Okay, man darf nicht zu dicht ran, dann sehen die Texturen nicht mehr ganz okay aus. Punktcheck für Sugar 17. Ach, ich flieg sogar selber. Führe dich laut und deutlich. Winter kommt, funktioniert! Mal schnell mal Kappe einkippen. Hey, sie führen die Vorflugkontrolle durch. Was ist mit den Höhenrudern hinten? Natürlich, erstmal Steuerung erklären. Höhenruder okay! Okay! Äh, wenn die Kelle 10 ist auf umkehren. Äh, ja, ich glaub. Okay, Jackson. Prüf dich quer, Ruder! Was soll er rechts? Klar. Coole, aber coole Infrastruktur. Richter Flügel okay! Pass halt voll rein mit, mit dem Test. Linker Flügel okay! Gut, dreh den Motor hoch. Pass auf, dass er keine Aussätze hat. Das ist cool eingebaut auf jeden Fall. Okay. Okay, jetzt bringen sie nach oben. Bereit, Hernandez? So bereit, wie man mit dir nur sein kann. Ich werd' so abschmieren, weil's doch verkehrt rum ist, oder? Okay, alles klar. Volle Kraft! Lass die Bremsen los! Ah, ich hab's gewusst, Alter. Por favor! Keine Kunststückchen! Spielverderber! Soll auch kein Spiel sein, kein Dero! Okay, dann muss ich einmal ganz kurz Einstellung... Äh, Kampf... Ist hier Flugzeuge extra? Waffen und Ausrüstung, Spielmodus, Bodenfahrzeuge... Wo sind denn die Flugzeuge? Gameplay... Waffen und Ausrüstung, Fahrzeuge, Midway-Steuerung, Maus... Ja, und sonst gibt's nix, oder was? Äh, nur wirksam für Kampagne. Gas kannst du umschalten, bla bla bla... Ja, aber wo ist denn... Hä? Dann muss es jetzt irgendwie so gehen. Egal. Ah, nice. Ah, danke Call of Duty. Hey, ein gutes Feature! Wow! Also, verrätst du mir irgendwann ihren Namen? Welchen? Von der Maschine! Dem Flugzeug! Das hast du noch nicht losgelassen? Worüber möchtest du denn reden? Ha! Schön, verhalte deine Geheimnisse. Das ist echt ganz cool. Uh! Das ist so krank, Alter. Ich schwör, ich hab grad das Battlefield-Theme gehört kurz. Zeros! Scheiße! Verdammte Zeros aus dem Nichts! Sie jagen unsere Torpedobomber! Die Jäger sind noch nicht hier! S17, hol sie dir! Bin schon dabei! Passt du hinten auf, Hernandez? MG ist bereit! Okay, man muss nicht mal trappen. What the fuck? Haltet sie von unseren Bombern fern! Ach, ich kann überall hinfliegen. Ich dachte, das ist so ein Schienending jetzt hier. Hey Dave, hey Dave! Wo ist ihr Auto? Gott, Alter, die staunen noch raus. Das ist eine Katastrophe. Das ist auf jeden Fall in Battlefield tausendmal besser gemacht. Auch schön, dass ich einfach so dicht ran bin. Boah, das setzt sich immer wieder zurück. Also, es ist halt 1A für Controller gemacht. Die geben halt keinen Fick auf Maus-Steuerung, wie immer. Also, der setzt sich halt, seht ihr das? Wenn man so links fliegt, macht er immer wieder zentriert. Das ist auf Maus halt total scheiße. Jetzt musst du, wenn du seitlich fliegen willst, die ganze Zeit so Schwinger machen. Vielleicht gibt's ja auch noch eine bessere Steuerung. Übrigens wären wir jetzt schon tot. Eigentlich ist hier so ein bekackter Zielmodus dran. Hä? Wieso ist denn das Ziel? Wie sieht voll da drüber? Den interessiert es auch nicht, dass ich hinterhin bin? Okay. Wird schon nicht so schwer sein, die Mission. Das ist mit Sicherheit auf dem Controller besser zu spielen. Formation, achta. Ich starte den Stoß. Ja, wie denn? Ich kann nichts steuern grad. Bomber, Anflug starten. E-Druck mit Schlossflug, Logo. Hast du ja die ganze Zeit das Fenster aufgelassen. Zusammenbleiben! Achtet auf die Luftspurgeschosse! Alter, die Steuerung ist aber auch echt nicht gemacht im Haus. Ich grude, ich grude, ich grude. Wuhu! Gut gemacht, der Team zieht! Fische Luft! Der Himmel ist voller Zeros! Wir müssen uns hier rauskämpfen! Wenn wir steigen, holen uns die Flax runter. Und bleiben, Junge! Das mit dem Festhalten festzieren verstehe ich halt wirklich nicht. Das hilft halt überhaupt nicht. Sorry für das Potato-Rame, Freunde, aber die Steuerung ist auf dem Haushalt. Das ist echt bach! Ich glaube, der ist einfach auch nur rein. Ich wünschte, der würde sich nicht immer wieder zentrieren. Vielleicht kann man es ja auch einstellen, aber... Also das müsste standardmäßig auch sein sowas. Hat er so einen komischen... Ne. Das bringt nichts. Also ich weiß nicht genau, was die Funktion bringen soll mit dem gedrückt halten. Aber ich finde es ohne halt echt angemessen. Okay, die hätten mich eigentlich töten müssen. Warum kommen die von hinten und fliegen über mich rüber? Ja, nicht von mir. Ich brauche 80 Jahre für so einen Kill hier. Immerhin ist es von der Atmosphäre ganz geil. Also der Sound und so weiter. Du fliegst direkt neben der Zero, Alter! Ja, verlass dich nicht auf mich, mein Freund. Man kann doch überhaupt nicht rollen oder irgendwas, ne? Ah, schön. Die sind mir schön voll die Kanone geplant. Wie der einfach gedreht hat mittendrin. Oh Gott, ich bin dead. Ey, das fliegt sich echt scheiße. Sorry. Ist halt wirklich so. Also vor allen Dingen, wenn man halt in Battlefield die Steuerung kennt. Die ist halt einfach viel besser für Mausgefahren als das hier. Ja, es wird einfach langsamer, wenn man... Die fliegen halt, die setzen sich halt schön vor ein, ne? Die fliegen halt... Also, da muss ich leider echt sagen, das ist an sich ja eine coole Sequenz. Aber das macht null Spaß, so zu fliegen. Dadurch, dass ich das Ding halt immer wieder von selbst versucht zu zentrieren. Warte mal, kann man das einstellen? Weil das ist ja furchtbar. Ähm... Aber wenn ich nur mit Tastatur fliege, kann ich ja gar nicht mehr zielen. Ne, finde ich hier nicht. Kampftastenbelegung... Was hier fehlt, ist halt einfach zu sagen, ey... Fluggeräte da... Oh, Leute! Oh, super, Digga! Schön! Ganz toll! Ja, so kann man natürlich auch die Spielzeit rausholen. Klasse, Jackson! Einer weniger! Da kommt noch mehr Zeros auf uns zu! Welche wahnsinnig! Heute! Oh, man kommt hier, die... Was macht eigentlich mein Gunner, Alter? Trifft ja auch mal was, weil die zerflitzen was denn da von hinten? Alter! Dude, ich weiß nicht, wie ich hier... was ich machen soll. Es bringt halt nix. Auf einmal kommt einer von hinten und zerfickt mich. Noch einer weg! Ja, mach mal auf. Da kommt noch mehr Zeros auf uns zu! Da kommt noch mehr Zeros auf uns zu! Furchtbare Mission! Werden abgeknallt, wir müssen raus! Keine Ahnung, wie das optisch rüberkommt. Außer mein Gewiggeln natürlich. Aber also, die ist echt nicht gut. Du musst hier in so einer perfekten Bewegung die ganze Zeit die Maus ziehen. Ist vielleicht auch für Highsense-Spieler einfach gemeint. I don't know. Vielleicht da auch nochmal die Sense-Hospiele. Ich muss hier in so einer weg nehmen. Ja, sei froh. Du musst hier das Elendwäsch nicht mehr sehen. Komm schauen, du Wichser! Ja! Wow! Mein Sprachpunkt erreicht, nice! Immerhin speichert er zwischendurch, das man irgendwann halt auch echt schafft, alter! Ja, das ist natürlich besonders cool auf Federan. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich mir wünschte, ich hätte einen Controller. Und würde gut fliegen können. Das bringt's jetzt auch nicht mehr. Wieso zieht der Rennen jetzt hoch, alter? Ich komm nicht, ich krieg die Nase nicht runter, lol. Das liebe ich auch immer, ne? Zurück zur Mission. Was für Mission, Digga? Der ganze Himmel ist voll mit Flugzeugen. Es ist auch kein Radar oder irgendwas, ne? Das einem anzeigt, wenn einer einen so zerfickt. Ich glaub, sobald er getroffen ist, musst du einfach ruhig gehen. Wir sind hinter mir! Schau dir hin! Wir sind hinter mir! Schau dir hin! Da muss ich leider ganz, ganz stark protestieren. Gefällt mir überhaupt nicht, die Mission. Das macht keinen Spaß. Das ist einfach ein kompletter Struggle mit der Steuerung ist. Weil die Explosionen und so sehen schon nice aus. Also, optisch ist das cool. Weil es natürlich auch viel Spektakel ist, ne? Was abhängig ist. Okay, das ist erfüllt und ich sterb trotzdem. Nice, cool. Cool. Ne, gut, dass ich das Ziel erfüllt hab auf jeden Fall. Freut mich sehr. Ja? Bruder, ey, Bruder, ey, es ist... Dig, ey, was ist das für eine Mission? Was erwarten die jetzt von mir? Was soll ich machen, Alter? Ich muss hier 60 Jahre rudern mit der Maus, um mich zu drehen. Ach ja, okay, nein, das ist alles richtig, Digga. Hä? Gut, was soll ich machen? Erklärt's mir bitte einer in die... Schreibt's mir bitte mal in den Chat, Alter, was jetzt... Eure Meinung ist, was ich jetzt tun soll. Weil... Egal, was ich mach, ich werd einfach zerfeetzt. Ich fick jetzt einfach mal geradeaus. Ne, wir bringen auch nix. Okay, nice. Ziel erfüllt, aha. Gut. Ah, okay, aha, aha. Hier ist auch noch irgendwie einer hinter mir. Der ist tot, oder? Heute sterben wir nicht. Der 17 an alle Piloten bekommt. Dichte Formation... Da oben für letzten Sturzflug. Kann mein Gunner den hinten bitte mal einfach erschießen? Ich darf ja auch nicht umdrehen, also... Geht's hoch wie möglich für den zweiten Sturzflug. So, hätte er eh gleich schon Blitz getroffen, oder irgendwas. Sind wir sie los? Digger, würde man ernsthaft durch'n Gewitter fliegen, ne? Achtung, Achtung! Sehr cool, Digger. Jetzt die Maussteuerung noch langsamer. Oh, fuck! S17, du hast ganz schön was abgekommen. Alles gut? Geht schon! Die Rosemann-Flug. Direkt vor uns! Schaltet sie aus! Ja, aber jetzt darfst du halt dich nicht mehr wirklich drehen. Ah, jetzt geht's wieder schnell. Digger, das ist so unkonsequent. Wie wird sich denn an die Steuerung gewöhnen, wenn die sich permanent verändern, Alter? Außerdem ist da Maus-Acceleration drin, merke ich gerade. Wenn du langsame Bewegung machst, ist es smooth. Wenn du schnell machst... Ja, okay, alles klar. Das erklärt alles. Das ist das Problem, was ich mit der Steuerung auch zum größten Teil habe. Das Maus-Acceleration drin. Du, Alter. Nee, das verstehe ich nicht. Wieso kann Call of Duty einfach keine Maus-Steuerung? Das ist doch nicht so schwer. Ich meine, die machen seit 20 Jahren Shooter oder so. Die anderen erschießen mal wieder nix, Alter. Amazing. Ich würde die Feuer nicht machen. Ich fliege einfach gerade aus. Du... Warum ist das so dumm? Warum ist denn das so dumm? Das ist doch nicht cool. Ganz ehrlich. Bei aller Liebe nicht. Einfach nicht cool. Wozu habe ich hier denn die anderen Flugzeuge, wenn die nicht mal schießen? Ich bin derjenige, der angeballert ist. Und meine Mates verlassen sich voll auf mich, Alter. Das ist cool. Das ist alles cool. Okay, also ganz langsam bewegen. Das Problem ist, du musst halt immer wieder anfassen. Weil er immer wieder versucht zu zentrieren. Und das mit Maus-Acceleration ist halt einfach eine Katastrophe. Einfach eine purgesteuerungskatastrophe. Das ist 100% vom Controller-Design. Wie eigentlich? Fast alles in Call of Duty. Flotte unter uns. Für neuen Angriff formiert. Wir müssen den zweiten Träger kriegen. Wir haben noch Bomben. Es 18 hat 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 Bomben. Höhen mit deinem Arm. Dann halte dich da hinten lieber fest. Na ja. Ich bin getroffen. Ich bin raus. Chits, es liegt bei dir. Natürlich. Ich hatte nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und das? Noch ein bisschen. Ich bin der Held dieser Geschichte. Toll, ich bin... Lol, was? Hä? Weiche Kugeln durch geschickte Flugmanöver aus. Dann macht mir eine Steuerung für geschickte Flugmanöver, ihr Penner. Und Bombenklappen. Das ist knapp und knapp und knapp, oder? Ich hab jetzt super geschickt hier mit Maus Acceleration. Ziemlich knapp. An alle. Die Beschuss von der Siebzehn ablenken. Höhen mit deinem Arm. Dann halte dich da hinten lieber fest. Wow. Ich weiß ja nicht mal, wo die Dinger explodiert. Wie soll ich denn... Ja, okay. Warte, ich mach geschickte Flugmanöver, indem ich rate, wo die Explosionen sind. Und Bombenklappen. Das ist so fucking brennend im Alter. Ja, ziemlich knapp. An alle. Die Beschuss von der Siebzehn ablenken. Höhen mit deinem Arm. Dann halte dich da hinten lieber fest. Alter, Dude. Das ist Flak. Der kann man nicht ausweichen. Wie soll ich denn der Flak ausweichen? Hä? Dude, das ist die dünnste Mission, die ich in einem Call of Duty jemals gespielt habe. Muss ich ehrlich sagen. Einfach völlig random. Völlige Steuerungskatastrophe. Und der Anzug hier ist auch einfach nur dumm. Dann halte dich da hinten lieber fest. Erzähl mir wieder... Seht ihr das? Ich verstehe nicht, wie ich hier ausweichen soll. Also, seriously. Aber es ist nützlich, ich flieg einfach geradeaus runter. Bringt auch nix. Cool. Aber dieser Tipp ist halt einfach Gold wert. Ich wünschte, da würden noch mehr so gute Tipps stehen. Ja. Das klappt noch mit ab und knapp, oder? Das ist ziemlich knapp. Werden wir einfach nur immer noch salty, weil das vorhin einfach alles nochmal neu machen müssen. Höhen bei seinem Arm. Dann halte dich da hinten lieber fest. Ja, den Kugeln ausweichen, okay. Die sieht man ja anfliegen. Aber noch nicht der Punkt. Ich bin getroffen. Ich bin raus. Schatz, es liegt bei dir. Ja, krass. Ja. Wieder. Noch ein paar Hundert. Ist doch einfach zum Kotzen. Noch ein bisschen. Komm schon, du Fotzee. Hey. Was? Jetzt, Jackson. Das war's wert, dass der Film unterbrochen wurde von dieser tollen Flugsequenz. Jetzt wäre er fast gegengecrewscht, oder was? Der Welt sah sich eher als Heißsporn, als einen Helden. Das war sein Widerspruch. Er ist einer der großartigsten gelogenen in diesem Krieg. Warum sind die Stimmen so leise verglichen mit dem Rest? Das Problem war, er musste es sich eingestehen. Das ist eine Watchparty eigentlich auch, ne? Hi Leute. Umsorgt mich nicht alle auf einmal. Mir geht's gut. Ist das nicht ein nettes, kleines Wiedersehen? Du hast gelogen? Wir dachten, er wäre tot. Also verpiss dich. Wirklich? Nein! Nicht! Au! Ja! Du Bastard! Ja! Und dann stimmt ein Call of Duty. Blügt mich nicht wieder an. Ja! 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 Jetzt leiden Sie die Hände, Ab und Servitt Friesinger! Ach nicht Alter! Was ist aus? Hitler ist tot. あぁ juoul. Was? Wie? Waren es die Alliierten? Berichten zufolge nahm er sich das Leben? Aber ohne den Führer sind wir verloren. da ist er haben sie neue informationen für mich richtigen führer führer bei wish bestellen sie hatten recht der amerikaner war der sechste aber ich glaube ich habe sie gebrochen es schmerzt mich wie sie das vaterland schänden diese dreckigen russen hier gibt es nichts mehr für uns zu tun wenn das reich bestehen soll brauche ich sicheres geleit nach tempelhof ich dachte zum mond ich habe auf sie gezählt richter aber sie sind entbehrlich nein 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 bitte nein ich besorge was sie brauchen das schwöre ich ich verstehe wenn er ihn jetzt erschossen hätte wäre das gespräch auch einfach nur zum exposure gewesen ich bringe ihn um dichter ist uns auf der spur uns bleibt keine zeit ich ich habe versucht ein flugzeug zu klauen aber es hat nicht geklappt und bis ich hier war war die schon eingesperrt also ich ich habe eine bombe von den russen geborgt und mich gestellt wir haben noch vielleicht eine stunde bis diese wand gesprengt wird und wir frei sind falls wir so lange leben wir sollen ihm trauen er ist ein verdammter pilot ein verdammter starpilot meinst du wohl ich denke wie die lady was weißt du schon über sprengstoff ja na fick dich doch ich sag euch warum wir ihm trauen hört gut zu das ist mehr als fähig uns rauszubringen weil es belegt ach deswegen jetzt wurden wir immer abgeknallt guck dir an der kann nicht schießen wie viel film das einfach ist der amerikaner kennt ihn viel besser als der germaner stark wenn wade in der luft war war das gefährlichste objekt am himmel doch wenn man zu nah an die sonne fliegt verbrennt man sich irgendwann die flügel das darf ich jetzt eigentlich wieder ballern weite wichser wir sind abgeschmiert wegen dir wir sind hoffentlich gleich tot und spinnen der herrn anders der ist einfach cooler drauf aber geht er nicht super ich bin tot und nur was mach ich jetzt im händchen was mit beschissenem lippen lesen das ist komplett nicht lüppensynchron gewesen ok es ist immer noch ein film ich muss sie erstmal hier lassen ich bin deutsches fan er sticht mich einfach ab du bist ein scheiß sony gern geschehen arschloch ich mach deine waffe nimm mal die den helmen ab mein freund ist das jetzt meine mission oder was ach so ne wir spielen wohl doch herrn anders ne oh oh wieso nimmt ihr die blätter weg ach so ach so herrn hin oder von der abschlussstelle fort ok ach so doch da lang ok din 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 fokussieren fokussieren oh lol der hat einfach irgendwelche mechaniken aus spiel einfach übernommen jetzt bin ich plötzlich der predator ok ich finde das zum beispiel ne das ist in jedem spiel jetzt drin so ein fokus modus damit du die gegner erkennst ist für mich persönlich einfach faules game design also einfach langweilig ne langweilige lösung ok die lichteffekte sind cool wa nice ich dachte ich kann mich an den anschleichen ach gott ey ja gut dass ich nen fokus knopf hatte hä da war doch gar kein anderer hä da war doch gar kein anderer er nimmt erstmal faust unft nut seat mit also die lichteffekte sind ganz geil ne perfekt 无 Nee, an so ein, zwei Stellen bewegt es sich leicht. Okay, ich will ja nicht meckern. Am Glück ist da keine echte Falle drin. Sonst ist das wieder gewesen. Okay, ach so. Ist ja noch nix. Keine Ahnung. Ich finde, das passt einfach nicht in so ein Weltkriegstelling hier rein, dass er jetzt so eine Infrarotsicht hat. Das ist was für so Games mit irgendwelchen hochtechnischen Gadgets. Oder? Sorry, du hattest da was am Hals. Nachladen. Ich habe eh keine Money für das andere Ding. Wie oft kann ich das einsetzen? Ach, da hast du einen Cooldown. Matteo, wo bist du? Ich trinke erst mal ein Schlückchen Kaffee. Lol. Okay, die sind halt richtig Ritalent. Okay, das war's für mich. Oh, lol. Hä, was? Hä? Dort ist es niemand auf der Sicht zu sehen. Hä? Willst du mich verarschen? Was hat mich denn jetzt gekillt? Ich schleiche nicht. Wieso reden die Englisch? Also, Deutsch. Ach nee, warte mal. Hä? Ach so. Deutsche und Japaner hier auf der Insel, oder was? Das hat er, das war jetzt der Zweck. sinnvollere Approach. Okay, verstehe. Alles klar. So, ist hier irgendwo einer? Nö. Der Gewärts zur Hölle hat mich doch eher... What? Ja! Es ist richtig, mein Freund, Alter. Es ist richtig. Er überlebt's halt. Er überlebt halt einfach einen direkten Bajonettstich. Wichtig ist Schleichen, Freunde. Das ist das Wichtigste. Ja, wo ist denn der andere, der hier eben war? Gut, dass man schleichen muss, Alter. Wirklich. Also, man muss halt einfach auch schleichen. Das ist ganz wichtig in diesem Spiel. Das ist nämlich eine Stealth-Mission. Da darf man nicht einfach gehen und die Typen einfach abstechen. Sondern man muss halt wirklich schleichen. Das ist sehr wichtig. Natürlich auch klar für die Immersion. Hier ist einfach niemanden zu sehen. Hä? Wo sind die ganzen Dudes jetzt hin, die eben waren? Kickt jetzt SBMM auch im Singleplayer? Oder was ist los, Alter? Achtung, ich schleiche wieder. Nein. Weil es eine Dschungel-Mission ist, ist ihnen nichts Besseres eingefallen, als so eine Infrarotsicht, Alter. Also, seriously mal, Freunde. Das Beste an dem Film sind die... An dem Film, ja, genau. Das wollte ich nämlich sagen. Das Beste an dem Spiel sind die Filme. Aber ich wünschte, ich könnte sagen, das Beste an diesem Film ist das Spiel. Wo muss ich hin? Da. Da ist sowieso einer drin, den ich jetzt mit meiner Infrarotsicht nicht sehe für den Surprise-Jumpscare-Effekt. Nicht? Okay, das ist jetzt überraschend. Mann, ich wurde überrascht von einer Nicht-Überraschung. Mayday, Mayday. An alle freundlichen Einheiten in Reichweite diese Übertragung. Lieutenant Wade Jackson fordert sofortige Unterstützung an. Sind Amerikaner auf diesem scheiß Felsen? Mach noch mehr Lähm, Dude. Okay, nee, es ist alles gut, Digga. Das Spiel ist einfach richtig nice. Einfach richtig gut gemacht. Das ist ja das beste Call of Duty aller Zeiten. Es tut mir leid. Wie konnte ich jemals zweifeln. Aber ich finde es schön, dass man halt einen netten Spielfilm guckt. Die Filmsequenz finde ich tatsächlich wirklich gut. Okay, ich gehe jetzt in den Vollstab-Modus. Oder auch nicht. Alter, wieso ist denn jetzt die Maus so schnell? Lol, die ist bugged. Wegen dem Flugzeug. What? Die Maus ist jetzt buggy. Die ist halt viel schneller jetzt. Und wieso ist das Sichtfeld 81? Warte mal, hä? Nee, das ist auch das Problem. Das ist wahrscheinlich die ganze Zeit das Problem, oder was? Warte mal, hä? Wieso ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch, hier ist doch 103 eingestellt. Was ist das? Sichtfeld 81. Okay, warte. Ich stelle es auf 81. Aha. Einstellung. Nee, es ist einfach... Ich bilde mir das auch immer ein, wenn was komisch ist. Hä, sag mal, geht das FOV in der Kampagne nicht? Oder was ist los? Was ist... Hä, warum? Ist... Was ist los? War das die ganze Zeit so? Und ich habe es nicht gepeilt, oder was? Nee, kann doch nicht sein. Deswegen fühlt sich das jetzt so schnell an. Das war doch vorher nicht. Ich traue mich nicht, das Spiel neu zu starten, weil ich Angst habe, dass ich die ganze Kampagne dann nochmal neu spielen muss. Jetzt kann ich mehr zielen. Geil. Sehr cool. Egal. Komm. Was soll's? Ähm, ich starte eben neu. So. Da sind wir. Es ist halt tatsächlich einfach das FOV einfach auf 81. Verstehe ich nicht. Wieso ist denn in der Mission jetzt das FOV so buggy? Oder ist es einfach wirklich nicht möglich, im Singleplayer das zu ändern? Oder haben sie das vergessen? Weil das... Also ernsthaft kam mir nicht so vor, als ob das vorher so war. Was ist denn das für ein Schwachsinn, Alter? Das gibt's doch nicht. Also das wäre mir mit Sicherheit doch aufgefallen. Was soll ich da ja auch da machen? Das wäre mir doch aufgefallen. Also ich hab's ja sofort gemerkt, dass irgendwas hier komisch ist jetzt. Ich mach jetzt mal was. Moment. Ich muss es wissen. Ist zu mir leid. Ich guck jetzt mal in meine Aufnahme rein. Das könnt ihr natürlich nicht sehen. Nope. Am Anfang ist es 103, auch in der Kampagne. Steht hier oben links. Ja, nice. Das heißt, ich habe jetzt keine Möglichkeit, das FOV anzupassen. Wie zur Hölle kann sowas bitte passieren? Nö, du stellst auf 120 und das Sichtwert bleibt auf 81. Spannend, muss ich sagen. Interessante Mechanik. Vielleicht ist das so eine Art Handicap. Äh. Cool. Ist sehr angenehm übrigens, mit einem verkehrten FOV zu spielen. Das ist immer toll. Das macht immer Spaß. Besonders, wenn man ein anderes gewohnt ist. Ich mach den Monitor jetzt einfach mal nochmal 50 Zentimeter weiter weg. Und hoffe, dass es einfach irgendwie geht. Also, wenn ich jetzt komplett rein potato, dann tut es mir leid. Das war vorher schon ein bisschen, ein bisschen angeknackst. Okay, da ist nichts. Da sind wieder Gegner. Und schön rein in die Falle. Denkt dran, schleichen ist wichtig, Freunde. Man muss den Sneaky Approach machen. Nicht einfach nur auf den Gegner zugehen. Gut, ich meine, wenn man langsam geht. Ach, hier sind jetzt so. Ne, okay. Oh. Ja gut, was soll ich ganz ehrlich mit einem 1911er? Stattdessen sowas hier haben kann. So. Oh. Jetzt ist wieder 103. Hä, willst du mich verarschen? Was ist passiert? Wieso ist denn jetzt wieder 103? War jetzt in dem... Haben sie jetzt da das FOV verringert? Für das klaustrophobische Gefühl? Oder was ist der Sinn? Sag mal, spinnen die komplett? Wieso dreht man denn am FOV rum? Was soll denn der Quark? Also ohne Scheiß. Erstmal die Maus, eine komplette Katastrophe und Frechheit. Und jetzt sowas. Das ist halt ein absolutes Konsolenspiel. Die haben sogar vergessen, dass auf den neuen Konsolen FOVs leider drin ist jetzt, oder was? Also ernsthaft jetzt mal, sowas... Ne, das geht gar nicht. Man spielt ja nicht das FOV, ist doch damit einem nicht schwindelig wird und damit sich das für jeden gut anfühlt. Wurde, ist ein Regler drin, wenn das Spiel da mittendrin denkt. Oh, weißt du, was lustig wäre? Wenn wir das einfach mal verändern mittendrin. Also sorry, aber das geht einfach nicht. Da muss ich leider sehr, sehr stark protestieren. Wie gesagt, schleichen ist wichtig, Freunde. Immer schön schleichen, damit die einen nicht sehen. Schön, vorsichtig und langsam und methodisch im Crouchwalk einfach ranschleichen. Auch nicht springen oder irgendwas, sonst hören die dich. Und dann einfach ganz entspannt und methodisch ausschalten. Das ist wichtig in so einem Spiel. Einfach komplett nice, komplett gut gemacht. Also die Atmosphäre ist sehr spannend. Da bekommt man gleich das Gefühl, man schwebt in Lebensgefahr. Oh, da hätten sie mich fast gekriegt, mein Freund. Ich kann es nicht fassen, Alter. Also ernsthaft nicht. Also sorry, aber ich kann es nicht fassen. Ich habe sie hier einfach eine unsichtbare Wand hingemacht, damit du in die Falle läufst. Das muss nicht los, Alter. Entschuldigung, aber du... Nee, er kann nicht an diesem Baum vorbei. Da ist ein gefährlicher Erdbeerstrauch im Weg. Äh, aus der Hölle. So, hier ist niemanden zu sehen. Äh, nee, da wird aber gleich bestimmt einer kommen. Oder das Flugzeug kracht, Wunder. Es kracht auf jeden Fall das Flugzeug, Wunder. Jetzt kommen sie. Powerslide. Schön, dass das 60 Jahre dort ist, die Granate mal explodiert. Fick dich. Okay, so. Du bist vorbei mit dem Stealth. Jetzt wird nicht mehr geschlichen. Ich habe gar keinen Taktik-Sprint hier. Matteo. What is up, my friend? Oh, direkt rein in den Film, Alter. Wirst du mich verarschen. Warum ist das denn nicht ingame gemacht? Und wieso ist der Mauszeiger immer mitten im Bild? Immer wenn so eine Videosequenz kommt. Also es ist ja jetzt eine Videosequenz hier. Sieht man ja ganz klar an der Verpixelung. Ist der Mauszeiger mitten im Bild, du... Tschüss. Au. Meine Zähne, du Wichser, die sind neu. Mhm. Man beachtet, dass 81er Sicht fällt oben. Ich glaube, die haben einfach vergessen. In manchen Bereichen. Das wieder umzustellen. Das haben sie garantiert gemacht, damit die Videosequenzen zusammenpassen. Mit dem Gameplay. Damit dieser Übergang funktioniert zur Videosequenz. Wetten? Guck. Oben ist 81er Sichtfeld jetzt. Ich brech zusammen. Also das ist ja wohl so schlecht gelöst. Pfff. Denkst du, ich verstehe das, was du sagst, oder was ist los, Alter? Ich meine, ja, das Gespräch, aber... Oh, mit Schwert. Cooler Typ. Oh, oh. Die Japaner sind auch so ein cooles Volk, Alter. Mal ganz ehrlich. Mach's gut, Matteo, übrigens. Oder ich. Sprech du japanisch. Sprech's aus, oder was? Warum fragt er mich auf Englisch, ob ich japanisch spreche? Ich spreche auf jeden Fall amerikanisch. Tötet sie. Kugelhage. Let's go. Der Ami rennt mit rein, Leute. Was ist das für ein Feuergefecht hier, Digga? Bitte? Seht ihr das aus? Was ich schlicht, Digga? Die steht genau gegenüber, damit der Flammenmann kommen kann. Ey, es sieht fucking nice aus, wie das Zelt schmilzt, aber dann stellt doch nicht die Leute direkt voreinander, ohne... Digga, was ist mit ihm hier, Digga? Er steht da einfach mitten auf dem Marktholz, drein, niemand stirbt. Buka, Sie leben noch. Ja, ohne Scheiß. Ich verstehe nicht, wie man das so abfeiern kann, Alter. Also dafür, weiß ich nicht. Da bin ich vielleicht zu anspruchsvoll für. Aber wenn ich sowas sehe, dann muss ich los. Und meine Stimme ist etwas leise. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Und danke für das 81-Field-of-View. Das ist sehr angenehm für mich. Ich hab jetzt den Steuerknüppel, Lieutenant. Du bist nur Passagier. Das ist ja gut, Alter. Was spielt sich denn jeder hier so krass auf? Okay, jetzt ist er vor mir aber wieder normal. Alles klar. Ja, dann war das voll einfach nur verbuggt nach der Videosequenz. Oder die haben halt da vergessen, dass es wieder auf den normalen Wert zurückgesetzt werden muss irgendwann auch. So, Achtung. Predator-Sicht. Okay, ich hab Aim-Assist auf einmal gehabt. Nee! Was ist hier los, du, Alter? Ich raste aus, Alter. Da hatte ich eine Granate, mein Freund. Noll. Seid ihr auch durch die Grundausbildung? Oder ist es wieder ein One-Man-Show mit Zusatz? Äh, wer ist denn die Freunde und Feinde, Alter? Kein Wunder, dass sie im Krieg alle gegenseitig erschossen haben. Er rennt halt voll mir rein. Ach, cool. Die Dudelings geben natürlich keine Deckung. Hätte ich wissen müssen. Könnt ihr schießen, Freunde? Könnt ihr schießen? Komm, erzähl's mir doch. Ja, Granaten raus. Egal. Egal. Digga, okay. Ach so, Mann. Das soll einfach gedrückt halten. Dann schießt der von alleine. Guckt ihr den Schmutz an. Was ist das denn, Digga? Das macht halt nur auf dem Controller Sinn. Ey, ohne Scheiß. Also, nee. Kann ich bitte noch ein paar Filmsequenzen haben? Die sind wenigstens nice. Ey, die haben es halt 100% einfach für die Konsole gemacht. Ich meine, für Konsolenspieler cool. Die freuen sich bestimmt auch. Aber als Mausplayer muss ich sagen, ist die Mechanik einfach kompletter Unfug. Oh, ach so. Das ist mein Baum. Man soll halt echt diese Kack-Mechanik jetzt benutzen, ne? Ja, wie gut. Gut, läuft mir voll durchs Bild, Alter. Es ist okay, mein Freund. Moment. Es ist okay. Was macht der da? Ich habe noch nie so viel dummes Zeug in einem einzigen Spiel gesehen. Ohne Scheiße. Also, Battlefield 4 war schon echt super schlecht. Von der Story. Aber das hier ist halt ein Next-Level-KI-Blödsinn. Die laufen halt straight aneinander vorbei hier. Wenigstens haben sich diesmal erschossen. Der hätte die Logger schon dreimal abfallen können. Ja, natürlich. Rennen an den beiden Typen vorbei. Sorry, das sind natürlich nicht die Hauptcharaktere. Da kann man natürlich völlig auf Ignore stellen. Also, wenn jetzt auch das letzte bisschen Immersion hier flöten geht, dann tut es mir leid. Aber ich kann das einfach nicht ignorieren, Alter. Es ist einfach schlecht gemacht. Einfach nicht gut. Ja, genau. Komm, röst ihn. Haben sie schön gewartet, bis ich da bin, damit ich sehe, wie ein cooler Effekt kommt. Nicht schlecht. Wenn ich euch das Gameplay jetzt ruiniert, tut es mir leid, Alter. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr lieber mögt. So zu tun, als wäre das alles super cool und halt voll in die Rolle rein. Weil ich... Ich hab da echt Schwierigkeiten mit. Wir sind nicht gerade erste Wahl bei Anerkennung. Oh, ein farbiges Regiment. Jep. Wenn du Schlangen oder Tausendfüßler siehst, sag Bescheid. Wir erheizen den Grill vor. Was ist hier los? Nö. Jetzt bin ich aber doch schon unten. Und nun? Ich bin halt leider schon unten. Wir locken die Scharfschützen raus. Halfway, dein Job. Wieso hab ich denn jetzt einen 1911? Ich hatte doch zwei andere Pistolen. Hä, was soll das? Ach, weil ich gefangen genommen wurde. Okay, mach dann. Liebend Kühle, willst du freiwillig? Scheiße, nein. Dann halt die Klappe und behalt das Glätterdach im Auge. Ich stecke frisch, Digga. Die haben mich gecornert. Fuck, Digga. Nein, nein. Was soll das? Komm nicht weg. Die haben mich berücksichtigt, dass einer vielleicht einfach runterspringt. Ey, was ist los, Alter? Okay, alles klar. Wenigstens laufen sie auch mit. Was ist jetzt hier mit meiner Turbosicht? Ach, der schießt ein bisschen Raucher durch. Alles klar. Ja, ja, alles super. Voller Immersion. Oh, dann müsst ihr an dem Gras krabbeln. Hatten wir in Call of Duty auch noch nicht. Ach so, hinlegen geht gar nicht. Der sieht mich nicht, Alter. Kein Problem. Ach so, im Gras zieht er mich halt wirklich nicht. Wenn ich alles klar verstehe. Digga, da ist niemand. Lügt nicht. Die sollen nicht spinnen. Das ist kompletter Bullshit, die Mission. Wetten, man muss sich ranschleichen und ihn irgendwie abstechen? Wieso ist er jetzt hier? Da. Ach, auf dem Baum sitzt er. Okay, der hat jetzt nicht gepeilt, dass ich direkt unter ihm bin, oder was? Muss ich jetzt hier hochklettern? Nee. Er muss ganz nah sein. Achtet auf die Baumkronen. Da ist er. Im Baum. Da ist er. Da oben auf dem Baum. Los, draufhalten. Es kam überhaupt kein Geräusch. Ja, natürlich bin ich wieder der Einzige, der ihn treffen kann. Ist logisch. Was zum Teufel, wozu die Seile? Diese verrückten Hunde binden sich an Bäumen fest. Was machen wir überhaupt hier draußen? Die 93. Der soll der 23. helfen, diesen Felsen einzunehmen. In der Nähe ist eine japanische Basis. Die Spray aus der Hüfte rein. Treff ihn instant. 40 Kugeln, komm an Baum. Nichts ist tot. Wir sind einer verschlossenen Tür fest. Und wir sind der Schlüssel. Was zur Hölle heißt das? Wait, sei still und mach einfach, was er sagt. Wir sichern den Hügel und rücken zur Basis vor. Wie sollen wir auf diesen Hügel kommen, Bucker? Oh nein! Surprise Attack! Was? Oh, da unten? Der andere steht drüber und glotzt, Alter. Oh, no, 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 no. Ach, ich kann mich ja nicht hinlegen. Fuck. Gott, ey. Ist zu beleid, Alter. Ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr auf irgendwelche Efforts hier in diesem Game, Alter. Es ist sowieso so random ohne Ende. Was du machen kannst und was nicht. Ist halt so 100% gescriptet. Ich meine, das ist bei Call of Duty immer so. Aber auch da könnte man sich doch mal ein Stück weiterentwickeln. Was machen wir überhaupt hier draußen? Die 93. soll der 23. helfen, diesen Felsen einzunehmen. Es sind halt coole Momente dazwischen. Und das ist halt das, was vielen dann wieder reicht, ne? So diese Wow-Momente, die dich rausreißen sollen aus diesem stumpfen Scheiß. Gib mir nochmal den Flammenwerfer, Bruder. Ich röste die da weg. Oh, lol, Alter. Diese Kack-Fokus-Fähigkeit ist so nutzlos. Sorry. Sorry. Können wir mal erzählen, warum ich jetzt immer diesen Dialog machen muss? Warum ich immer wieder den Typen hier fallen sehen muss? War das so teuer, das zu machen, dass man es da 20 Mal zeigen muss? Oder was ist los, Alter? Ich gehe jetzt da zu den Felsen. Oh, warte mal, das sieht nicht aus, als wäre das ein Felsen, zu dem ich hin kann. Was machen wir überhaupt hier draußen? Die 93. kann sich dem Felsen helfen, diesen Felsen einzunehmen. Der Rest meiner Jungs sitzt hinter einer verschlossenen Tür fest. Und wir sind der Schlüssel. Was zur Hölle heißt das? Wait, 6, kill und mach einfach, was er sagt. Kull, geh! Ihr guckt euch das an, wie der die Targets switcht. Das ist halt so Banane. Ach, eben war übrigens nicht Zeit, Lobby, in dem Modus, ne? Was labern die denn die ganze Zeit hier für den Stuss, Alter? Hier war gerade voll der Angriff, Mädels. Hast du das nicht gekriegt? Ja, hörst du den mal weg? Der killt wenigstens noch was, Alter. Guck, wie kommt das denn krass? Wegen seinem Flammenscheiß? Er steht aus seiner Fristen Kugeln. Ich würde so sehen ihn halt nicht. Guck dir die an. Das kann natürlich nicht stehen bleiben und dir kurz angucken, was passiert. Dann lass dich tot, Alter. Guck dir das an, die Kugel fliegt um ihn rum. Er ist ein umgekehrter Kugelmagnet, der Typ. Nicht übel, Bruder. Mann, na gut. Ich weiß nicht, was der Rest von den Soldaten mag. Und ich weiß noch nicht, wen genau er da versucht zu rösten. Aber ist auch egal. Ja, nice. Wie gesagt, man ist halt der Einzige, der hier irgendwie scheinbar interessant ist. Ihr wischt gar nichts. Warum lügt ihr denn? Aha, cool. Der wird nicht mal angezeigt. Cool, dass die Fähigkeit so toll funktioniert. Man trifft halt trotzdem nichts. Cool. Das war einfach gut gemacht, Alter. Und es lenkt er überhaupt nicht ab auf einem Haus, wenn er so einen automatischen Zielsprung war. Oh, Leute, Alter. Tötet ihn doch bitte einfach. Was ist los mit euch? Wo ist denn der andere? Unten drin. Das ist halt einfach echt ein Witz. Wieso darf jeder einfach übers offene Feld laufen und ich nicht? Das macht mich richtig wütend, Alter. Jetzt darf ich wieder nicht sprinten, weil jetzt kommt eine coole Szene. Das ist alles gut. Das ist halt so 100%. Also, ich glaube, bei mir ist das Problem einfach, das war früher wirklich eine Methode, um ein cooles Spiel zu machen. Aber das ist einfach komplett ein veraltetes System für den Story Mode, finde ich persönlich. So wie das hier geregelt ist, dass alles so geskriptet ist. Damit holt mich COD einfach nicht mehr ab. Nicht, wenn nebenher so ein Bullshit ist hier. Das könnte man heutzutage einfach so viel besser machen, aber das brauchen sie ja nicht. Es tut mir jeder leid, der sich nur für die Story hier das Game gekauft hat, muss ich ehrlich gestehen. Ich hoffe, ihr habt es euch nicht gekauft und guckt es lieber hier. Die Filmsequenzen sind das Beste am ganzen Spiel. Die kannst du auch hier gucken. Wer ist Mama Howard? Ich habe nicht aufgepasst, sorry. Das ist zu spannend gewesen. Was ist der? Heilige Scheiße! Das ist wohl ein Witz. Bist du irre? Ein Glück habe ich noch jede Menge Kaffee. Kibble, Palfrey, Hernandez, ihr kommt mit mir. Alles klar. Ich meine, solche Regimente gab es ja wirklich. Das kann man jetzt nicht sagen, ne? Also das finde ich schon okay, wenn man das thematisiert. Du hilfst Private Howard unter dem Draht durch. Und dann? Gibst du ihm Deckung. Auf der anderen Seite. Verstanden? Am Himmel bin ich dein Mann. Aber das? Ich bin nicht der Gesicht im Schlammtyp. Hättest dich nicht abschießen lassen sollen. Selbstmord und Aufopferung sind zwei Paar Schuhe. Solltest du besser lernen. Runter und leise jetzt. Wieso halte ich mir die Knarre vor die Fresse? Der Typ hat ja wirklich keine Ahnung vom Schießen. Bauer, Jackson, nach links. Der Rest von euch, mir nach. Mal gucken, ob ich auch einfach gehen kann, ohne zu sterben. Ich bin jetzt im Mythbusting jetzt. Ist alles gut, Jungs. Ihr braucht gar nicht schleichen. Was macht ihr denn? Sorry, als ich das nicht ernst nehmen, Alter. Es tut mir wirklich leid, Alter. Alle sind hart am Schleichen. Und ich laufe mir einfach rum. Nichts passiert. Die haben halt einfach gedacht, jeder duckt sich jetzt. Der eine Draht muss jetzt hochgehalten werden. Alle anderen sind hoch genug, oder was? Äh, ja. Okay. Das macht Sinn. Nee, okay. Er hängt fest. Immerhin. Alter, das ist aber cool, dass wir wenigstens an sowas dann denken. Scheiße. Na, hängst du wieder fest, Decker? Schnell! Ja, beweg dich doch nicht noch mehr, Alter. Das hilft doch dann nicht. Nicht schlecht. Wow. Du kannst ein Draht hochheben. Tschüss, Decker. War nett mit dir. Lass mich geraten. Ich kann den Flammenwerfer jetzt endlich nehmen. Nein, der Flammenwerfer hat was angekriegt. Es sieht echt aus, dass er mal um den Flammenwerfer trauert, Alter. Fass den Flammenwerfer an. Das hat seinen Kollegen berührt nicht mal die Schulter oder irgendwas. Die guckt mich mal die Wunder an. Okay. It's Barbecue-Time. Ich hätte ehrlich gesagt auch lieber das Gewehr genommen. Irgendwann. Ja, ich dachte, der Bunker ist weiter vorne. Er muss weiter laufen. Ja, natürlich nochmal die ganze Sequenz spielen. Besser ist. Die Safe-Spots sind halt richtig dumm. Ich war auch überrascht, nachdem ich das Spiel neu gestartet habe, dass ich wirklich da weitermachen durfte, wo es gespeichert war. Gut, also ernsthaft jetzt. Wieso muss man diese kackte Sequenz jetzt nochmal spielen? Das ist doch... Also im Nachhinein muss ich echt sagen, ärgere ich mich fast, dass ich auf Veteran-Spiel, weil eigentlich sorgst du nur dafür, dass du einfach random schneller stirbst. Und dementsprechend diese ganzen Ladebildschirme halt einfach 50 Mal öfter hast. Ja, ja, ja. Oh, was wohl passiert? Ja, der nimmt mich immer aus, Alter. Nicht schlecht. Für einen Fliegerass. Ja, tschüss. Pass auf, jetzt achtet drauf, wie ihr dem Flammbäufer in der Ertrauert. Nein, der Flammbäufer in der Ertrauert. Okay, er fasst ihm auch einen Arsch. Das habe ich vorher nicht gesehen. Okay, Dude. Jetzt darf ich mich verrecken, weil sonst muss ich das nochmal spielen. Ja, lauf halt voll rein, mein Junge, Alter. Das ist alles in Ordnung. Wieso muss ich denn jetzt hier rüber... Ja, nice, ja. Ich bin so dead. Ey, ohne Scheiß, warum musst du denn jetzt rufen zu mir? Warum darf ich das nur von da aus machen? Ich wollte rechts rumflankieren. Ich hatte einen super Stein. Ah, okay. Ach so, jetzt speichert er es doch. Alles klar. Nach welcher Logik das funktioniert, weiß kein Mensch. Der trifft mich nicht, ein Glück. Yippie, ich bin dumm. Scheiße. Ey, das ist halt so ein Mini-Stein. Ich wollte da weg. Das geht nicht. Das ist halt... Also man merkt halt, ne? Sie haben halt wirklich genau einen Stein dahin gemacht, wo du hin sollst. Dann sollst du von denen das Ding rösten. Wieso erwischen die mich jetzt hier nicht? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, Alter. Ach, das sind noch nicht alle tot, oder was ist jetzt da? Jetzt? Wieso habe ich hier jetzt bessere Deckung als da? Das ist einfach so hart gescriptet. Holy shit. Ja, habe ich ja eh nicht schon. Yippie, geht nichts über den Flammenwerfer. Ich kann nicht raus, Scheiße. Ey, sorry. Okay, ich versuche mich jetzt wirklich zu konzentrieren. Ich weiß, Schrott. Aber... Also mein Gameplay gerade. Aber mich regt sowas halt unendlich auf, ey. Das ist einfach so unnötig, finde. Loll, Alter. Oh, das sind auch fast alle hier das Ding. Kann ich meine Sicht mit dem Flammenwerfer benutzen? Ja. Die rasieren dich halt instant weg. Ich habe ihn fast erschossen. Ich habe ihn fast erschossen. Er ist voll am Fein vorbeigelaufen auch. Weiter geht's! Ist alles in Ordnung. Die verhalten sich halt einfach auch wirklich wie echte Soldaten. Da hat man halt einfach ein gutes Kriegsgefühl. Ich habe mal reingeballert ins Loch. Story of my life. Wieso brennst du nicht, du Assi? Achso. Palfrey, mach die Kanone platz. Ich habe kein Money mehr übrigens. Oh, shit. Wie die da vorne stehen. Die stehen halt nebeneinander, Dudes. Ja, er schießt natürlich nicht auf die Dudes, die hier vorne stehen. Weil das ist, wie gesagt, finde ich ich. Ich hätte hier immer einen Autosal an der da vorbei. Es tut mir leid, Alter. Nee. Einfach schlecht. Also werde ich auch nichts beschönigen hier. Einfach schlecht gemacht. Einfach schlecht. Achso. Das ist jetzt wieder ein Kollege. Du weißt halt nicht, wer hier, Freunde und Feindes, was alle durcheinander laufen. Das einzig Coole finde ich, ehrlich gesagt, tatsächlich den Schwierigkeitsgrad dadurch, dass man so schnell stirbt, dass es das gibt. Das macht natürlich das Spiel nicht besser. Oh, ich habe Hernandez abgefahren. Aber das macht es wenigstens dann ein bisschen, dass man aufpassen muss. Weil sonst würde ich hier einfach nur durchrennen und einfach völlig brainhaft gar. Wahrscheinlich so wie fast alle da spielen. Und dann feiern. Aber, I don't know. Warte mal, der ist doch gar nicht... Er hat sie gar nicht scharf gemacht, Bruder. Hä? Der Stift war raus, aber der griff doch nicht. Er hat den Griff reingeklemmt. So funktionieren Granaten nicht, Freunde. Achtung, Zerstörung. Wow. Wow, Digga. Das Game of Destruction. Okay, Alter. Also es ist halt... Wirklich, wirklich ein schwer zu verdauendes Game. Für mich persönlich. Wie gesagt, kann ja sein, dass andere das anders sehen. Ach ja, wieder die... Haben sie wieder in irgendeinem anderen Spiel was Cooles entdeckt, was man kopieren kann. Dann gucke ich mal. Das war jetzt wichtig. Los geht's, bei den Panzern formieren! Geht's, bei den Panzern formieren! Ich hab' Kronat, wer fährt. Geh weg! Ich hab' Kronat, wer fährt. Geh weg! Schluck auf von dem Game Oh lol, der wie so Singlefire Der steht halt da vorne Und es hüpft ihn alles nicht Sorry, da käme ich ein ganz da drüber auf den Alle ausschalten Alle ausschalten Niemand schaltet irgendwen aus Achso, jetzt check ich's Die Special-Fähigkeit von Kingslay ist Komanski Und seine Special-Fähigkeit ist halt einfach Dieser Zeitlupen-Quark Das Spiel macht, dass ich mich wie ein Held fühle Ich kann tausend Leute erschießen Und das reicht mir Für 90 Euro Volle ich raus Geil Bestes Call of Duty aller Zeiten Meine Mates sind dumm Da kann ich gleich Multiplayer spielen Der Tag der Japaner des Todes Kondition ausrüstung voll Zeitlupen-Modus an Für alle die an der Maus auch kein Aim haben Granate raus Granate raus Muss ich hin Das Map-Design ergibt Kann ich nicht sehen Action Er läuft durch die Panzer Bringen wir euch in die Luft Ja scheiße Ja natürlich Alle stehen mitten auf dem Markt rum Ich mach einen Schritt raus und sterb Dieses Spiel ist einfach dumm Es ist einfach schlecht Alter Sorry Nein Ich werd's beim Namen nennen Es ist einfach schlecht Können wir mich Hater nennen Ist mir wurscht Das ist einfach nicht gut Einfach absolut nicht gut Das kann man nicht ernst nehmen Das kann man nicht Man kann das absolut nicht ernst nehmen Diesen Schmutz Da hätten sie ruhig ein bisschen mehr Mühe sich geben können Einfach ein bisschen mehr Oder die Kampagne halt auch weglassen Und wirklich einfach einen guten Multiplayer abliefern So pass auf Jetzt kommt ne extra nochmal Ich mach nix Ich drück einfach nur den Knopf Wow Gute Fähigkeit einfach War viel mehr Spaß auch Als selber zielen Und da sind nicht mal alle tot Geil Ich mein nicht Das sind was er schießen muss Ist mir klar Dass das eh Egal ist Nee Ich geh nicht zu den Panzern Mann Ich hab auszusehen Auf Single Fire umgeschaltet Weil das mein hinlegen Knopf eigentlich ist Ach warte mal Ich glaub das soll ich auf dem Mausknopf Ja Ich schwör das hört sich an Wie die Battlefield Melodie Zwischendurch Alter ich denk immer es geht gleich los Okay ich hab überhaupt nicht gerafft wo ich grad stehe Ich bin einfach nur sauer grad Das ist einfach Der Typ rennt durch den Panzer durch Alle rennen auf dem offenen Markt Ich mach einen Schritt raus und sterb Weil ich auch Veteran spiel Das ist der Schwierigkeitsgrad Ist einfach nur mehr Frust Nicht besseres Gameplay Nicht intelligentere Gegner Oder irgendwas Einfach nur Dieselben dummen Mates Dieselben dummen Gegner Die denselben Tunnel-Kack-Blick auf mich haben Jetzt weiß ich da kommen welche Weil das einfach fucking gescriptet ist Oder auch nicht diesmal Okay Zumindest das ist nicht immer gleich Ne mei ich nicht alter Digga da sitzen Leute obendrauf Die nur auf mich schießen Oder was Sind das Feinde Sind das Freunde Ich weiß es nicht Digga Ich Okay Ich lauf jetzt auch einfach rüber Yippie Whatever Whatever Might as well Diesmal werde ich nicht sofort erschossen Cool Perfekt Alter Er rennt raus Ich nicht Er rennt einfach raus Er auch Komm Lauf Oder bleib einfach da stehen Ist auch okay Was machst du genau jetzt Aha Er frisst Kugeln Zum Frühstück Wie Müsli Es ist alles in Ordnung Digga Das ist also Das macht viel Sinn Was ich hier sehe Oh Leute Kein Slide Das war ein Friendly Glaube ich Egal Ey mir ist das einfach Mittlerweile auch wirklich wurscht Ich benutze meine coole Fähigkeit Alter Das ist einfach kein Gutes Feature Auf einer Maus Das verwirrt total Dass der von alleine Irgendwo hinsnappt Ich Hüpfe einfach rein Egal Kein Schwein Meine Mates erschießen niemanden Wo kommt er denn jetzt her Alter Danke Jungs Danke dass ihr ihn Einfach reinlaufen lasst Oh lol Alter Also sorry Ich instinktiv Egal wie oft ich jetzt Verreckt bin Denke ich Wenn meine Mates rumrennen Trotzdem einfach Völlig instinktiv Ich kann zumindest gucken Alles feuert nur Auf den Player Der ist einfach So billig Da ist der Hangar Ja Ist alles ok Also ohne Schatz Also wirklich Im VeloP4 waren die Mates sinnvoll Ach hier vorne sitzt einer Der die perfekt erschießen könnte Hier hin da Zum Beispiel Nächstes Alles gut Ist alles ok Er sitzt da Und schießt halt nicht Alter ok Jetzt ist er auch tot Aber davor nicht Ist das auch ein Fein Ja ok Alles klar Warte mal Gib mir mal das Ding hier Ach er saß auch da hinten mit Alles klar Ne es ist alles ok Ich sag auch nichts Ich sag auch nichts Also ich sag die ganze Zeit Was ich weiß Aber ich sag in Wirklichkeit Sag ich nichts Ja danke Und erstmal wieder Im Film gucken Wir müssen den guten Part Vom Spiel genießen Wir schieben euch aus dem Hangar Wir schieben euch aus dem Hangar Nehmt das Gebt uns Deckung beim Positionieren Sucht uns eine Räuber Wir machen den Rest Funktioniert genauso wie mein Flugzeug natürlich Halt euch an Schieb Wohin Der läuft aber jetzt nicht Ach so das ist einer von uns Mal schön mal mit dem MG Man hat den rumballern Ach man hat unbegrenzte Muni jetzt Ich balle jetzt einfach mal durch Guck ob es wieder hitzt Oder ich irgendwie nachladen muss Oder irgendwas Die ganze Zeit hast du Muni Probleme Und jetzt kannst du drei Stunden durchballern Auf mein eigenes Flugzeug auch zur Not Verdammt die Schweine haben uns erwischt Scheiße Jungs vorsicht Feuer Ich glaube ich muss echt mal los Das ist halt echt schlecht Also das ist leider Komplett schlecht Komplett schlecht Objektiv gesprochen Mehr oder weniger Ich hab mich wirklich auf die Kampagne gefreut Dann mal los Ich will nicht mehr fliegen Fliegen ist scheiße Ach danke Der stumpfe Blick von ihm Ja Hauptsache der Maustiker ist nochmal da Dann kann ich auch besser gucken Wenn er mitten im Bild ist Die Sequenzen sind aber so nice gemacht Warum Wir hätten einfach einen Film auf Netflix machen sollen So einen animierten Da kommt die Reddauer auf einem Flugzeug Ja das muss aber ein Kulturschock sein Der einzige Weg zu gewinnen war sich gegenseitig den Rücken freizuhalten Wenn man über sein Geschwätz hinweg seine Taten sieht Weiß man Wer Wade Jackson wirklich ist Klar die Piloten hatten es noch am angenehmsten Zumal Ich weiß nicht wie es im Zweiten Weltkrieg noch war so wirklich Aber im ersten gab es ja auch noch so Piloten-Ihre und sowas Wade ist abgegauen in Hamburg Ich traue ihm nicht Ich weiß Aber wir sind hier nicht wegen ihm Wir sind hier Weil die Krautfresser denken Sie könnten das beste Team knacken das ich je gekannt hab Also Was wir brauchen Ist ein Fluchtplan Wir sind umzingelt von Nazis Und wie es aussieht erreichen wir nicht einmal lebend die Tür Vielleicht doch Hä Das haben die nicht gefunden Ich hab eine Idee Wir würden eine Show für Richter veranstalten Es war riskant Aber wir waren zu weit gekommen Um jetzt aufzugeben Als ob sie die nicht in die Uniform geschmissen hätten In den Knast Paulina Als Nächste Verschaffte uns Zeit Schön Sie wiederzusehen Fräulein Bitte Bitte Genauso habe ich mir dein seltsames kleines Büro vorgestellt Also Was genau hat dein Team denn vor? Lady Nachtigall Stalingrad Die Stadt Die Stadt Die den Ostmarsch der Nazis stoppte Wäre die Stadt gefallen Wäre Russland zerbröckelt Die Deutschen Unterschätzten Russlands Überlebensbild Sie unterschätzten die Stadt Und ihre Verteidiger Das war schon Oder ist ein habes Volk Sein Paulina Ein Symbol der Hoffnung Doch sie wollte keine Heldin sein Sie Wollte nur Rache Der Gans des Dritten Reichs war der Glaube zu erreichen Was der Große Napoleon nicht kommt Wieso sind auf einmal Untertitel da? Wenn sie es nicht mit jemand so unerbittlichem wie Lady Nachtigall zu tun gehabt hätten Da Wir haben gehört Steiner soll im Handelsbezirk rumlungen Macht Sinn Er ist nie weit vom Gemetzel So Los jetzt Warte Wir sehen nach wer es ist Dann können wir es der Familie sagen Was genau der jetzt Das war ein Schaffschatz Präzise Glaubst du er ist noch Gut Da drüben ist mehr Deckung Komm schon Also wie willst du Steiner töten Lady Nachtigall Du sollst mich doch nicht so nennen Der Name gibt den Überlebenden Hoffnung Polina Hoffnung gewinnt keine Kriege Schweine Ich hab den gut eingeschenkt wahrscheinlich Jeder der dieser Verbrecher einen Unterschlupf gewährt Muss mit seinem Leben zahlen So Gehen wir da lang Und du der Schaffschütze ist einer von Steines Todesjäger Wir sollten vorsichtiger sein Achso Wichtig dass ich das drück ums zu nehmen Er fällt in Richtung Handelsbezirk Du könntest wegen der Todesjäger recht haben Den Mund halten und mich schießen lassen Ach da oben Lol Alter der Kick Hä Warum ist Oh Man darf nicht schießen Das wobbelt halt übel rum jetzt Damit man diesen Kackbefehl gibt Och Gott Egal Alter Ja Entschuldige Spiel Ich Dass ich Gedacht hab Ich bin ein Scharfschütze Und kann den da oben einfach wegsnacken Ist natürlich Unsinn von mir Das ist so reingeforst Alter Wow Auf einmal kann sie also nicht mehr zielen Das ergibt viel Sinn Naja immerhin konnten wir die Runtime vom Spiel etwas strecken Durch permanente Sterben Und durch sehr lange Loading Screens Ich vermute deswegen sind die auch so lang Damit die Story die eigentlich wahrscheinlich ungekürzt Einfach eine halbe Stunde geht Plus die Filme Die jetzt einfach einigermaßen lange ist Für Reviews und so So Was Äh Ja Sieh das Feuer mit meinem Messer auf dich Bitte was Vertrau mir einfach Ich leg ihn ab Ah ok Die hatten halt ne coole Idee Achso Hier gibt's ja kein Bullet Drop Ist ja ne coole Idee Aber warum haben sie das nicht einfach als Sequenz gemacht Dann sagen sie dir wie es funktioniert damit Und dann kannst du erst schießen Da rein zu skoppen und das du dann so machst Nur damit du diese Mechanik nutzt Ist halt einfach Find ich komplett dumm Alter was soll das Das ist einfach Quatsch Ansonsten ist ja wirklich ne coole Idee Ich muss mich jetzt kurz hinlegen Sonst darf ich wahrscheinlich wieder nix machen Also wenn er das Feuer nicht auf sich zieht Ist Insta-Rip Verstehe Oh wo kommt denn das? Das leidet halt voll durch Ah Hö Oh da hab ich ja gar keine Muni für Ja nice Ich hatte auch gar nicht die Äh Ich dachte bei dem Satz ging's übrigens um die Knarre Und nicht um ihren Bruder Oh schade Diesmal kann ich nicht so Powerslide machen Mein Bruder steht da halt einfach wieder völlig offen rum Das sah cool aus Er hat wenigstens beim Laufen nach hinten gezielt Was bist du denn für ein Otto? Oh lol Bruder Also würde es kein Let's Play sein Wo ich auch Föderalen von Anfang an gespielt habe Hätte ich jetzt schon lange runtergestellt Einfach nur um die Story zu Ende zu erleben Also es gibt halt nicht wirklich einen spielerischen Mehrwert Und effektiv ist es eigentlich nicht schwerer Sondern einfach nur nerviger Aber ja Nun ist es wie es ist Nun ziehen wir es halt auch durch Ähm Weiß man ja vorher nicht Dass das Game an sich halt jetzt nicht so ein Es ist halt Es fühlt sich halt nicht belohnend an Einfach komplett on Rails Einmal durchlaufen Alles wegmähen Was im Weg steht Und sich auf die Zwischensequenzen freuen Die cool gemacht sind Aus irgendeinem Grund dauert es jetzt wieder voll lange Und ich stehe vor allen Dingen in meinem Speicherplatz Komplett hier offen rum Ah ich habe ja auch Rauchgranaten Wo ist denn der Einfach ein bisschen genervt von diesen tollen Missionen Und wirklich nicht weil ich sterbe Das ist mir egal Wenn es halt wenigstens einfach wirklich so wäre Dass man sagt Okay alles klar Ist einfach Einfach schwer Und macht dementsprechend halt einfach auch Mehr Spaß Steht immer an der gleichen Stelle Aber wo ist der andere Ich weiß es halt nicht Ja okay nice Das war natürlich kein Treffer Es tut mir leid Ich glaube das Spiel hat es einfach irgendwie geschafft Dass ich überhaupt keine Motivation mehr habe Mich regt sowas einfach auf Die Mission davor war wirklich eine der schlechtesten Missionen Die ich glaube ich bisher in einem Singleplayer Game gespielt habe Also nicht von der Art und Weise wie es erzählt ist Sondern zum einen ist das gefühlt zum hundertsten Mal So eine Mission Wo man irgendwie in Japan Oder Vietnam oder sonst was Hat sich null unterschieden Von irgendeiner anderen Mission Du rennst immer durch den Jungle Am Ende kommt ein großer Hügel Und das war es dann Ja vielleicht ist das Thema auch einfach ausgelutscht Aber das Stalingrad fand ich zum Beispiel viel cooler Viel angenehmer zu spielen Weil das einfach Zumindest mal etwas war Was man nicht jeden Tag spielt Auf Seite der Russen in Stalingrad Das ist das ich meine denke ich mal Vielleicht sollte ich erst die Scharfschützen wegmachen Und dann hier rein I don't know Das war knapp Der fucking Köter Ich habe ihn vergessen Alter Oh Gott ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß Das ist so dumm Okay real talk Freunde Schreibt mir einen Kommentar Wenn ihr wirklich noch am Ball geblieben seid Bis hier Dann Respekt Dann ist euer Sitzfleisch genauso hart wie meins Ich hätte wahrscheinlich längst ausgemahnt jetzt Ist ja nicht mal amüsant Wenn man stirbt Man kann ja nicht mal was lustiges draus machen Ist einfach nur frustrieren Das macht einfach nur Bing Und weg Und jetzt dauert es aus irgendeinem Grund Und wieder 60 Jahre bis der Ladebildschirm endet Sie hätten es ehrlich gesagt einfach Weiß ich nicht So wie Battlefield machen sollen Die Sequenzen hätten sie als Story reinpacken können Hätte man eine Story gehabt Für das Game Und fertig I don't know Also da war jetzt Ehrlich gesagt kann ich mich nie mal an irgendwas besonderes erinnern Aus der Kampagne jetzt Wo ich sage Okay das war wirklich Epic Das einzige was mich gerade erinnert Ist einfach diese Schmelzung von dem Zelt Okay der sitzt da nicht Wenn ich hier raus gucke oder was Hä Okay Ja Ne man muss erst durch Erst den Köder Ja Jetzt Misha Sie sind Oh Fuck Jetzt Scharfschützen Ausgeschadet Alle Ach das ist mein Mein Bruder steht natürlich völlig ohne Deckung mitten auf dem Markt Selbstredend Ist das so ein Kernfeature von COD Das ich einfach nicht verstehe Du hast einen erwischt Das wäre sehr amazing Weil NPCs und COD treffen eigentlich nichts Lass ihn doch einfach zu mir kommen mein Freund Das ist alles in Ordnung Ein Glück Hab ich Verstärkung mitgebracht Stell dir vor Man müsste das hier alleine machen Sie haben ihn nur reingepackt Damit man diese Mechanik nutzen kann Mit dem Blitzen Was ausbrechen alter Was redest du Wir sind raus Schießt der ja gerade durch die Wand durch Das GG ist schon besser auf ihn Oh hier sind wieder Ah jetzt kann er wieder Scharfschützenkram machen In Stalingrad ist noch Platz für eine Scharfschützung Also ich muss sagen Ich finde es eigentlich echt schade Denn Das Gunplay Und die Shots Und so Das fühlt sich schon an sich gut an Oh Leute Das sind Granaten Und nicht meine Mini Okay der war ja sehr intelligent Warum ist jetzt hier Rauch Ist das deren Ernst Jetzt mit dem Typen da oder was Ja du stehst hinter ihm Balle ihm in den Rücken Okay never mind Achso okay Danke Guter Call Okay man darf ihn auch nicht messern Ich verstehe Ich hasse es Wenn ein Spiel Zu 100% versucht Dich in irgendeine Entscheidung Rein zu forcen Heilige Scheiße Polina Donneschäger Ist okay Dass er da halt einfach auch Mitten auf dem Markt hockt Alter Und keinen Fick gibt Ne ist einfach nur frustrierend Alter Also Veteran ist auf jeden Fall Für Call of Duty Kompletter Quatsch Weil du kannst ja nicht mal Gute Plays machen Sondern du musst ja genauso spielen Wie das Spiel das haben will Das macht es natürlich dann Völlig unsinnig Ich muss hier weg Alter Ich kann nicht reinscopen Hä Ja jetzt auf einmal Ist er natürlich doch wieder da Man hört keinen einzigen Step Nix Heilige Scheiße Polina Donneschäger Ich verschloss meine Granaten Aufgespart Digga Es ist doch Rauch da Was soll dieser Rauchquatsch Alter Ich muss mal hier diese Notmechanik nutzen Mit dem Aufstützen Ach geht hier gar nicht Cool Ja natürlich nochmal qualmen Okay also man muss schön bisschen kiten Der wird mich einfach gleich aus dem Rauch weglesern Das Arschloch endlich tot Ich denke schon Zu zäher als ich dachte Du musstest ja nicht gegen ihn kämpfen Ne Hat er ja auch nicht Ne du hast nicht geholfen Du Spinner Alter Du hast ihn Jetzt runter von diesem Feld Achso da sind noch mehr Weil er wieder da rumläuft Denkt man Okay alles klar Ich kann nachrücken Wir verlieren ihn Ich find's stabil Wie er auch einfach hilft Hä wieso hat er denn jetzt das Nachladen abgebaut Ich bin einfach nur über den Gegner gelaufen Also gegangen Nix sprinten oder so Komplett belastet Komplett belastet Ich kann es kaum erwarten Steiner deine Kugel zu verpassen Warte Das ist nicht gut Polina Sei her Alter was ist mit der Maus Das Die ist Massiv schnell auf einmal Das wusste er jetzt Bevor er geschossen hat Oh Hast echt kein Glück Polina Leider hat sie ja vorher gespoilert Es ist nicht so schlimm Halt still lass mich das ansehen Das ist nicht gut Schon kleiner dass sie es vorher erzählt haben Dass alle sterben die sie liebt Ich bring dich in Sicherheit um dich zu versorgen Du wirst hier nicht sterben Auch mit dir Komm Ich bringe dich ins Post an Auch noch nie gesehen Ist doch nicht wieder genau dieselbe Kopfanimation Wie jedes Mal wenn man irgendwen schleppt Oder Das ist doch immer derselbe Move hier Oder was Du weißt es ja auch Fanservice Wie bei Star Wars Einfach alles nochmal machen Jo mach ich Gut das sei wahr Der bis ich nachlade Finde ich nett von ihm Stütze dich auf mich Ich hab dich Du musst weiter auf die Wunde drücken Was ist das eigentlich für eine Knarre Digga Ist das ein 1911er Colton Ne ich wollte gerade sagen Die Zerstörung im Singleplayer nutzen sie wenigstens ein bisschen Granate Halt dich an mir fest Bleib bei mir Misha Jetzt kommt gleich der Kack Superheldensoldat hier Der lebt doch noch oder was Naja Wow Hä War das ein Zweiter Wahrscheinlich Ach ja Komm läuft hier Ist das nicht erfahrungsgemäß Ist das immer die letzte Mission wo man jemanden so trägt Wieso ist hier Mouse Acceleration auf einmal drin Das ist nicht einfach alles so schlecht Ey das war derselbe Der ist einfach nicht gestorben Hältet sie Ich kann hier auf einmal nicht mehr zielen Alter Gut dass die Runde fangen anstatt zu schießen Aus ihrer perfekten Position Den konnte man nicht erschießen Weil der uns jetzt treffen musste Für die Cut ziehen Shader Warnung Hä Was für Shader Warnung tut Misha Machs gut Digger Schade dass wir vorher schon wussten dass er stirbt Messer Origins Jetzt wissen wir wo sie es her hat Das ist immer wichtig heutzutage Das ist obligatorische Call of Duty Opfer Siehst du so sie wissen doch wie Granaten funktionieren warum haben sie es dann eben anders gemacht verstehe Oh ne Oh Leute Oha tut Er steht nicht so müde ohne Ende der Typ Er hat mich fast mit in den Tod gerissen Warum war das jetzt eine Videosequenz Die haben es echt nicht geschafft das Ingame zu animieren oder was Und mein Sichtfeld ist jetzt 93 Achso Die wissen nicht wie Granaten funktionieren Die wissen nicht wie viel der View funktioniert Die wissen nicht wie eine Maus funktioniert Was wissen sie denn überhaupt alter Also offensichtlich wie man Geld macht Ich verstehe halt einfach nur mittlerweile absolut nicht mehr warum Das ist 93 FOV jetzt Sie haben beschlossen jetzt muss ich mit dem 93 FOV spielen Weil FOV ist halt Scheinbar nur so eine Art Witzige Idee Warum stehen die immer nochmal wieder auf Ich drücke einmal ganz leicht drauf damit sie sich hinlegt Und sie steht halt sofort wieder auf Egal ob ich gedrückt halte oder kurz drückt ist egal Die schießen doch einfach ab jetzt Gut dass sie es nicht gemein hat aber Ich muss wieder schleichen Geh zu Steiner hinauf Sehen die mich jetzt ernsthaft nicht Hauptsache die haben das absolute Laser Aim sonst Ach da haben sie mich jetzt gesehen Los Ich lauf jetzt einfach da hoch Kein Problem Wo soll ich mich durchquetschen? Ach hier Die haben sofort vergessen wo ich bin oder was? Da steht er den ich messern soll Nice Schönes gescriptetes Event mal wieder Nein ich bin hier nicht Alles üble Nachrede Komm raus Lady Nachtigall Bist du blind alter Schleichen ne? Wichtig Wieso konnte ich ihn jetzt nicht messern Alter? Hat das nur ein 50 Schuss Magazin dran Dann nehme ich doch lieber das Ach jetzt habe ich keine Munition dafür Weil ich zuerst Die MG Munition rausgenommen habe Okay Die ganzen Dudes unten Habe ich jetzt komplett avoidet Dadurch dass ich einfach durchgerannt bin Achso Da Ne Ach da sind die Steine Sieht überhaupt nicht aus Wie so ein Magnet Wenn man ranzpringt Wer hat hier oben ne Plane hingelegt? Seriously jetzt Das ist das Gebäude Los 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 Jetzt habe ich ein 117er FOV? Hä? Warum kann ich es einstellen Wenn das Spiel beschließt es permanent zu ändern? Ich verstehe es nicht Alter Jetzt ein 390er Ah okay Das ergibt viel Sinn Das ist permanent Sie könnte ihn jetzt einfach erschießen Sie macht es einfach nicht Schon das zweite Mal Geht es noch langsamer bitte? Warum wusste ich dass der da rauskommt Alter? Ich meine War jetzt einer überrascht? Mann ich war gerade oben Du Wichser Oh oh Jibi Aha Immerhin springt er nicht einfach hinterher Die Arschlöcher Oh lol Oh lol Schaut euch Einen eigenen Waffen aus Augen auf Lady Nacht Ist irgendwo hier Wieso lebt er noch? Wieso lebt er noch? Kann ich mal bitte eine andere Waffe haben? Danke Egal YOLO Ja, los! Ja, los! Fischbengel. Ey, wieso muss die Knarre nachgeladen werden? Der hat doch gerade noch damit geschossen, Alter, da muss man doch nicht nochmal den Bolzen ziehen. Ey, das ist ja good fun. Good fun. Ähm, ja, es tut mir leid, dass ich kein ernsthaftes LP von diesem grandios gescripteten Spiel abliefer, wo ich mich total überrasche, wenn völlig offensichtliche Spackos aus der Wand kommen. Und es dauert viel länger, als ich eigentlich gedacht hätte, durch dieses Spiel durchzuspielen. Dank der ewigen Ladebildschirme, die mir das Spiel sehr versüßen. Ich bin begeistert. Mehr habt ihr Nazi-Schweine nicht zu bieten? Könnt ihr auch mal mit der guten alten Roboter schießen? Der Pierser ist gut. Augen auf! Lady Nachtigall ist irgendwo hier drin. Die sehen mich nicht mal, wenn ich pfeife. Okay, er sagt Granate und sie... ... bleiben trotzdem drin stehen. Spannend, wo muss ich denn hin? Achso, ich muss alle Soldaten jetzt wieder töten. Schade, diesmal kann ich mich nicht durchschießen. Keine Muni mehr. Fuck. Die haben alle keine Waffen, oder was? Keine Waffe. Warum hat man so wenig Munition, man? Okay, whatever, dude. Mann, nimm die Knarre und nimm die Munition. Wo ist das fucking Problem, Bruder? Achso, No-Scoops. Nicht möglich. Oh, Leute, Alter. Ich muss auch pesten wie ein Rennpferd. Naja, das dauert hier stundenlang, Alter. Ich dachte, ich hab nur maximal zwei Stunden vor mir, aber nein. Habt ihr Nazi-Schweine nicht zu bieten? Augen auf! Lady Nachtigall ist irgendwo hier drin. Tümtümtüm, der lebt ja noch. Alter, ich hab mich voll an Battlefield gewöhnt hier. Musste leider zwischendurch ne Pause machen. Wir werden dich zur Strecke bringen wie ein Tier! Und jetzt, äh, erstmal gucken, ob ich hier noch was treffe. Warum hab ich mir das angetan auf Veteran? Erstmal winken. Oh, Alter, Vater, ey. Oh, sehr gut. Fick dich, ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr auf den Schwierigkeitsgrad, ne? So nervig. Ah. Ja, einfach nicht dazu gekommen, das fertig zu machen. Klingt irgendwie bescheuert, ne? Du verdienst dein Geld mit Computerspielen. Und kommst dich dazu, ein Computerspiel zu Ende zu spielen. Naja, also, real talk. Der Kanal hier ist natürlich, äh, in erster Linie erstmal noch ein Hobby-Ding. Weil das Geld und die Zeit sind momentan am Hauptkanal natürlich. Weil das, äh, ist die Lebensgrundlage. Aber ich muss sagen, wo wir doch grad so einen 6 Minuten lang Ladescreen hier wieder haben, äh, dass ich sehr überrascht bin, wie gut das hier schon angenommen wurde. Also klar, manche Videos mehr, manche andere... Oh, ich hab'n... Wohl so ne Art neuen Quick. Safe hier. Hier. Bisschen andere Spacken. Da. Ey, der ist doch überhaupt nicht zu sehen. Boah, Dude, ich vergesse mich gleich, Alter. Ey, Junge, kann ich bitte Ton haben? Wir werden dich zur Strecke bringen wie ein Tier. Shit. Alter, die gönnen einem aber auch so hart. Ah. 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 Ngafesele. Ah. 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 das ist echt nicht ohne weil die schießen natürlich einfach auch überall durch ne man muss seine fähigkeiten wieder nutzen ja diese dumme geblende hier kein bock drauf weiß nicht das ist einfach irgendwie völlig dumm ne bitte kein todesjäger scheiß taschenlampe alter oh dude ey man hört halt nicht dass er hinter einem ist plötzlich macht es einfach tot also ist mir jetzt scheißegal ob ihr mir das jetzt krumm nehmt oder nicht aber ich stelle das jetzt auf normal ich will einfach nur noch fertig werden mit dem game wenn ich ehrlich bin also das spiel derzeit echt geschafft dass ich einfach keinen bock mehr weiter zu zocken aber ich will euch auch nicht ohne das ende der story hängen lassen also dass du nicht mal hörst dass einer hinter die angetrabbelt kommt ist halt einfach weiß ich nicht schockt nicht tut mir leid da ist irgendwie absolut kein bock mehr da das fertig zu machen ich verstehe das nicht weil das ist doch jetzt nicht schwer so ein paar sachen vernünftig hinzukriegen kann man das überhaupt hier währenddessen ändern nach hier ich spüße das auf soldat ist mir scheißegal einfach nur noch schießen die jetzt auch beschissen oder was ah ok jetzt hat man noch hitmarker gut das hätte ich eigentlich lieber nicht die böllern hier halt überall durch ne weil das ist es nervt halt einfach nur noch also das macht ja nicht mehr irgendwie spannend oder irgendwas das ist einfach wirklich nur noch komplett nervig weiß ja nicht können wir in die kommentare schreiben wie ihr das seht aber ja ok natürlich vor allen dingen die typen sind halt einfach nur bullet sponges sonst nichts das ist mir scheißegal wie viel muni man findet what the fuck so viel mehr muni jetzt kann ich wenigstens mich richtig dumm anstellen nice gefällt mir da wäre ich jetzt wieder gestorben einfach weil man nichts hört naja also das sehe ich nicht ein muss ich leider ehrlich sagen also das hat mir jetzt gerade den rest gegeben dass der da direkt hinter mir stand du hörst nix finde ich keinen spaß dran ich denke die ganze zeit das ist der super soldat das ist einfach nur so eine blöde kasse hier oder was hier hätte ich gern die komische scan fähigkeit von dem anderen heini um rauszukriegen wo die letzten assis hier sitzen was hat ein stoß alter hier der hatte eben hier 80 schuss oder so dabei jetzt ist halt natürlich einfach nur noch billig nicht nur einer ich glaube du bist sogar ganz alleine ja nice ok du bist allein alter mann weiter geht's die schicken soldaten alle tot du bist der nächste äh ok whatever 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 ach deswegen muss man hier hoch ich muss mich verarschen du die andere knarre auch verloren natürlich ich weiß nicht also ich glaube call of duty ist einfach story ist einfach nichts mehr für mich hier ist unser relevant oder was äh warte wo soll ich denn jetzt hin ach da ähm weiß ich nicht das ist irgendwie für mich persönlich einfach nichts originelles mehr erst mal schluck kaffee na los versuch es jetzt muss man hier so einen schleichwix machen die muck ist aber mal wieder geil pass auf er kommt gleich in so einen mech kampfanzug rein und sagt ah ein kleiner amerikaner also kleiner insider wie dumm war er denn jetzt warum hat sie denn jetzt nicht gleich die kehle vernünftig aufgestört hat ja ist natürlich so ein staged boss fight jetzt hier ist so pseudospannend dann mit den komischen Figuren hier jetzt gehörst du mir what dude hä ach ich muss ihn von hinten angreifen ach Gottchen ey ja aber also da muss ich halt sagen ich also es gab ein paar gute Momente in dem Spiel will ich jetzt nicht sagen ne ist jetzt auch nicht so dass man jetzt sagt okay das hat jetzt gar keinen Spaß gemacht aber so in der Gänze zum einen ich hasse es einfach das ist das fühlt sich so einfach 100% linear an also ein Milliarden Prozent muss alles musst du genau so spielen wie das Spiel es vorsieht vielleicht ist das einfach nichts mehr für mich weil dann kann ich gleich einen Film gucken apropos die Meister vom Game war ja eigentlich auch ein Film aber ja ich weiß nicht also wenn es Leuten gefällt gut wenn es euch beim zugucken gefällt natürlich auch schön aber für mich persönlich rein vom Spielspaß und Überraschungsfaktor als ob ich jetzt sogar hier noch einen Speicherpunkt habe achso man hat ihn jetzt hierher gelockt und jetzt kann ich ihn abwarten ich weiß alles über dich die Arm bleibt Mist scheiße Digga warum schlitzt sie ihm nicht einfach die fucking Kehle auf mach die Mucke aus ich hör den Wichser nicht du entkommst man jetzt verreck endlich du blöder Ochse wie oft muss man den Spaten dann abstechen ziel erfüllt du kannst nirgendwo mehr hin Steiner achso immerhin ist die Synchro gut finde ich kann auch noch gut auf Deutsch spielen das ist auch nicht immer unbedingt gegeben ihr beschissenen Nazis werdet alle in Stalingrad sterben du hast mir alles genommen wie genau ist er jetzt hier lang gekrochen oder was weil dann hätte ich ihn da längst einholen müssen gut klar sie kann auch plötzlich nicht mehr gehen äh schnell ich vermute weil sie verletzt ist das bringt dir keine Genugtuung es ändert nichts wir vernichten euch alle du wirst gar nichts mehr tun nicht ich Herr Herr Friesinger er wird beenden was er begann dann hier bleibt mir nur dieses Messer ich kann dir helfen unglaublich ihr seid alle gleich ich habe mehr von euch getötet als ich zählen kann und alle geben die gleiche armselige Rede von sich schmeiß ihn einfach runter den Sack Friesinger solle mir vielleicht Angst machen noch ein Stück Faschisten Dreck keine Sorge ihn bringe ich als nächstes zur Strecke du dachtest du kannst meine Stadt erobern und mein Volk niederschlagen du wolltest mich brechen aber du hast versagt du hast Lady Nachtigall erschaffen und jetzt hat sie dich vernichtet sie ziehen Leine holen Mauszeiger wir waren uns gleich die berüchtigte Lady Nachtigall bewahrte Stalingrad vorm Abbruch stell mir jetzt einen Schuss mit mir weg ihre Taten inspirierten die Russen ihre Stadt zurück zu erobern und in die Offensive zu gehen mit Willenskraft und der Präzision eines Scharfschützen änderte Polina den Kriegsverlauf für die Alliierten und ihr Volk mit diesem Ruf war es nur eine Frage der Zeit des Verletters was und vorher nicht weil die Spielgrafik zu schlecht ist was wollte Friesinger mit einem einfachen Offizier an der Ostfront welche Rolle spielt das es spielt eine große Rolle für mich Fräulein wie ich es verstehe hat Friesinger Steiner rekrutiert für ein Spezialprojekt Projekt Projekt Phönix Projekt Phönix Können Sie ich weiss nur eins mein Ziel war Friesinger Es muss einen besseren Weg hier raus geben Es gibt keinen Weg hier raus Außer natürlich Ihr habt euch entschieden, das Schlaue zu tun Öffne die Tür nochmal Ich zeig dir, was das Schlaue ist Alle so supercool Als ob es nicht getökt ist Wow Nein, das ist kein Trick Auf gar keinen Fall ist das ein Trick Ich werde nicht das nächste Opfer deines Kreuzzugs sein, Tommy Hoffentlich war dein Plan das wert Viel Glück, Lucas Ich wusste, du würdest diesen idiotischen Plänen deines Teams ein Ende be- Ihr erzählt euch jetzt gegenseitig was Zürich 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 Ich weiß, warum du kooperierst. Ich würde auch keinem Mega gehorchen. Das verstehst du falsch, Kumpel. Was heißt das? Ich schere mich nicht um seine Hautfarbe. Weißt du nichts über Australier und Briten? Wir wurden weggespült wie Stücke Scheiße im Klo der Krone. Ja, ja. Verstehe, aber eure Nationen sind alliiert. Ja, ja. Es war mehr wie Meister und Diener. Ich tat, was ich tat, weil für die Briten Leute wie ich leider nun mal entbehrlich sind. Ja, ja. Natürlich. Ungehorsam. Flegelhaft. Nicht unvertraut mit einer Gefängniszelle. Das ist Lukas. Eines musste man der SOI lassen. Sie war gut darin, die unwahrscheinlichsten Talente zu entdecken. Und Lukas hatte Talent. Er war ein geschickter Sprengmeister mit explosiven Temperament und scharfer Zunge. Draußen in der Wüste waren die Ratten von Tobruk wie eine Familie. Leider verstanden sie es nie mit den Hohen Tieren auszukommen. Weiter nach, Prinzessin. Ich genieße den Moment. Oh, das tut mir so leid. Aber klar doch, eure Hoheit. Hey, Louis. Hat sich das Spiel auf Load zurückgesetzt oder sieht das wirklich so aus? Spiel die Scheiß-Karten. Na gut das. Sieh her und weine. Ach, du dummer Esel. Niemals. Warum ist keiner auf seinem Posten? Major Hamphs, wir dachten nur... Major, Konvoi kommt. Gut. Ihr Ratten folgt mir. Tut so, als wärt ihr echte Soldaten. Sir. Äh, oh, ja, Sir. Nein, Sir. Siehst du? So sieht ein echter Soldataussch aus. Wie mutig du schon gezeigt hast, Bluri. Gut gemacht, Kumpel. Die Jungs gefallen mir ja hier für mich jetzt endlich mal zu Hause. Er ist ein Major. Er kann tun, was immer er will. So, Sicherheitshalber mal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich euch hier jetzt hier verscheiße. Ne, ist alles... Nach rechts gedreht. Gut, dann sieht das Spiel wirklich so aus. Und das sieht cool aus hier. Ich glaube, ich diese Waffen hasse mit dem MG-Magazin oben drauf. Sprengsätze bereit. Lucas und ich haben sie selbst platziert. Sir. Auf Position. Ach, dafür sind wir wieder gut genug. Der Zeitpunkt muss perfekt sein. Ihr müsst euch alle konzentrieren. Haben Sichtkontakt. Leise da drüben. Moment, was ist das ganz vorne? Ich sagte leise. Ja, weil der uns im Panzer hört. Schätze, das ist dann meine Ehre. Ich weiß nicht. Ja, aber der Stahl ist zu dick. Ein Panzer war nicht geplant. Verdammt. Scheiße. Hör auf die Ketten. Nur so, sind sie zu stoppen. Ich brauche Ruhe. Aber warten Sie auf die Ketten. Nein, 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 nein. Halt damit! Was für ein Arsch. Bist du schuld? Ja, so halten sie sich Arschlöcher, weil sie Arschlöcher sind. Das ist jetzt eine Special-Fähigkeit. Ach, das war perfekt, Mann! Alles klar. Weg, Mann! Das ist eine Spezialfähigkeit auf jeden. Ich sehe da nichts. Wie die einfach alle uns sterblich sind, wenn man auf dem Markt steht. Nee, sorry, Alter. Ich werde das jetzt nicht hier... Ich werde es nicht nochmal sagen. Ihr seht es halt. Er sitzt halt hier vorne. Oh. Schreck mich fett. Scheiße. Oh. Was, das ist ein Feind hier, Alter. Ich denke, das ist einer von meinen Mates. Okay, jetzt habe ich selbst auf dem Spiel, ich habe es gerade verkackt. Ey. 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 Stehen halt alle nebeneinander. Gibt es noch nicht. Scheiße. Wir pressen uns in den Höhlen. Mein Land zu dem ist. Du bist ein Feind auf dem Kettomot. Den Höhlen auf, Lukas. Lass uns das gehen, Scheiße. Bist du nicht so gut. Einfach reinholzen jetzt hier. Gehen wir mal das SCG, Alter. Ja, ich bin schockiert, da war einer drin. Scheiße, mein Kollege stirbt. Absolute Immersion. Ja, ich habe die Reifen getroffen. Der kommt nicht weit. Das war ein simpler Überfall und die halben Vorräte sind in Rauch aufgegangen. Sir, da unten ist immer noch ein Laster. Nimm ein paar Ratten und geh hinterher, Jacobs. Los jetzt. Die können gut im Dreck rumschnüffeln. Na, vielleicht hättest du mich zu früh den Zünder gedrückt, du Otto, ey. Statt den Experten mal zuzuhören. Wenn ihr fertig seid, bewegt eure Arten zurück ins Lager. Das dauert die ganze scheiß Nacht. Los jetzt, Privates. Ich wusste, dir kommt nicht was. Vorsicht, der da lebt noch. Gute Nacht, Nachi. Dachte, hier wären mehr. Einer liegt tot im Laster. Der andere muss weggerannt sein. Damit kannst du doch gar nicht hochgehen. Nur ist das besser. Ach, lol, er hat mehrere Granaten. Ach, frisches Blut. Folg die. Geh dir alle Idee, Jacobs. Das heißt Sir Private. Ich heiße Des und das ist Lukas. Und dein Merang interessiert als ein Scheißdreck. Wir wissen alles über dich, Jacobs. Wir Ratten kriegen mehr mit, als du denkst. Dieser geforschte Konflikt, Alter. Leise. Was ist leise? Brauchen wir nicht leise sein. Blick an. Wir haben uns also quasi gesehen, aber eigentlich auch nicht. Oder was? Ich wünsche schon, meine komischen Kollegen würden auch was erschießen. Das ist halt fucking lebensreich. Mann, da sieht man ja noch wirklich viel. Können die auch mal was erschießen, ihr Affen? Ne vulnerable технологische Frage. Oh, mit geht immer noch hoch? Ein ganz schön wenig Moni. Das war's schon. Immerhin ist ein vernünftiger Gore-Faktor da, wie wir schon festgestellt haben. Aber also immerhin haben sie verschiedene Theaters of War. Also es ist schon... Wenigstens die Umgebungen sind ja schön abwechslungsreich. Russland, dann im Dschungel. Dann hier in der Wüste. Und natürlich dann Hamburg. Stadtkram. Das war gerade ein deutsches Signal. Mehr könnten kommen. Nein, wir gehen zur Basis. Melden ist der Major. Was mit seinen Augen? Was mit seinen... Was mit seinen... Wir gehen von der Straße, bevor sie uns sehen. Zu den Ruinen. Sie haben das Leuchten-Signal gesehen. Das Leuchten am Horizont muss das deutsche Lager sein. Wir müssen von der Straße runter. Durch die Wüste. In Deckung mit dir, schnell! Nicht angreifen! Ihr seid super in Deckung, Jungs. Ja, gleich... Jau, Digga! Schiebt mich halt raus! Korrekter Typ. Äh... Äh... Basis ist Kampfentscheidung. Achtung! Jetzt wird's richtig stealthy. Das ist immerhin cool gemacht. Pass auf, meine Mails kommen einfach raus. In Plain Sight. Das ist so dumm. Also, das ist halt einfach dumm. Sorry, das killt halt jede Immersion. Ihr guckt euch das an, wie sie hier einfach rumrennen. Wiss ich, Dude. Die sehen halt nur mich... Scheiße, noch ein Panzer! Steckt euch im Haus! Nein. Wieso steckte der da in dem Stein fest, Alter? Sch... Ah, Messer? Das hab ich nicht gesehen, ey, du Arsch. Ja, nur ein heißes Flitzen, ey. Wie ist er jetzt vor mich gekommen? Das ist alles so übertrieben gescriptet, Alter. Alter, ja, dann geh du halt vor, Bruder. Es ist okay. Das ist cool. Das sind so coole Ideen in dem Schatten. Das ist so. Das ist der einzige Weg, Schwachkopf. Es reicht es. Ich meine es ernst. Ich brauch ein Drink. Na, dann frag doch deinen Freund Hemsch. Der hat genug. Was? Hier kann man nicht sich bewegen. Guck mal, wie knapp das hier ist. Das ist bestimmt genug da. Das ist ein absoluter Tunnel. Wenn ich den Flachmann hier in die Finger kriege. Hier ist mehr Platz als da unten. Okay. Warte mal. Da vorne schlecht. Ja, dann, äh, geh den Deutschen aus dem Weg. Achso, das war das Ziel. Oh, Sprengstoff. Alter, die Grafik. Holy Jesus Christ, ey. Das ist Ultra. Ich glaube, das Foto hat eine beschissene Qualität. MS-DOS hat angerufen. Wir sammeln Informationen. Könnte dir auch nicht schaden, Private. Sehr witzig. Stübert ja nur. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe da draußen Zeug, das wir hochjagen können. Na, was fällt euch beiden dazu ein? Also, wir sollten die Scheiße hochjagen. Also, das nenne ich meine Weichlichtzüge. Schleichen, schleichen, schleichen. Schleiche da durch. Sorry, ich musste ihn leider abmessern. Geht nicht anders. Die sehen mich halt einfach nicht, ne? Oh, sie sehen mich doch. Verstanden! Ach, die lenken sie ab? Ach, die lenken sie ab? Hey, Dude, Alter, wie viel Zeitzünder soll ich da hinschmeißen? Ach, das ist eine Kiste mit Zeitzündern, glaube ich. Ich denke, ich soll das Ding sprengen. Scheißegal, Alter, das wird eine richtige James-Bond-Action jetzt hier. Wie dumm war der denn? Gut, was macht eigentlich der Mate? Der ist halt so stumpf. Ich spreng den Kasten von innen! Zurück zur Mission, weil hier ist eine gute Tür, wo man Astrain flankieren könnte. Die zählt nicht mehr zur Mission. Ich will einfach nur fertig werden, ne? Falls ihr das nicht mitgekriegt habt. Ne, dafür sucht mein Freund. Falls man seine Dinger hat, kann... Ne. Los, los, los! Oh, mein Haar, verreckt, Alter. Ja, mitten auf dem Markt, Dude. Verrückt. Man könnte meinen, man könnte sie einfach erschießen. Ich bin hier irgendwo dran fest und Schmutz. Bin ich froh, dass ich das nicht mehr auf Veteranen spiele, Alter. Ohne Witz. Ich stehe jetzt sicher den Sack gegenüber. Ich schmeiß einfach mal. Was ist denn da das da? Achso, hier gibt's ja keinen. Dass er immer wieder von vorne anfängt, Kugeln reinzupacken, ne? Mein Haar, wer ist ein Collateral geworden? Oh, deine scheiß Granate kannst du mal schön behalten, du Asi. So, das ist jetzt hier dieser armelöse Laster. Ich will doch den Panzer hier nehmen, Freunde. So, das ist doch nicht. Habe ich jetzt den Laster gesprengt, weil ich sehe hier keinen. Okay, da bin ich ein bisschen gepennt. Das hier ist gar nichts, oder was? Okay, was möchte das Spiel von mir? Seriously, ich glaub's nicht. Wahrscheinlich nachher den letzten Typ hier töten, den sie nicht tot kriegen. Oh, Len. Ja, der steht halt direkt neben denen. Es geht. Ohne Scheiß, was ist das für Chaos hier? Man steht hier mitten auf dem Markt rum, nix passiert. Ich mein, ja, klar, ich weiß, ne? Auf Wiederrahmen bist du dann tot, aber... Kann man sich nicht irgendwo das Ziel anzeigen lassen? Weil ich verstehe es halt absolut nicht. Wie kann man so lost sein? Hallo, wir sind hier. Da steht auch nicht, was das Ziel ist. Da muss ich den Bunker hier auch noch sprengen, vielleicht. Nö. Oh. Hä, war das eben auch schon angezeigt? Dann hab ich das nicht gesehen. Ich bin einfach blind. Gut, da hab ich vorhin 30 Mal ne Ladung hingeschmissen. Wollt ihr mich komplett verarschen? Da hab ich da vorhin die ganze Zeit die Dinger schon hingeschmissen. Das Wasser, ha? Ja. Wenn es jetzt nicht explodiert, weiß ich auch nicht. Ich entkomme vor der Defektion, hat er hier. Achso, es sind drei Panzer. Jetzt hab ich's verstanden. Und die muss ich jetzt der Reihe nach sprengen, weil sonst geht das nicht, oder was? Bis hier auch einer von den Panzern nicht kaputt machen soll. Und da ist auch noch einer. Halt die Fresse, Dude. Ja, alles klar. Verwirrend. Hab nicht zugehört am Anfang wahrscheinlich einfach. Nicht, das Ding auch zuerst. Oh, egal. Nimm's eh wurscht. Zwei von drei. Hä? Wieso zwei von drei? Hä? Was? Es waren drei. Das war brillant, Lucas. Ja. Mega. Einfach krass. Nicht zu fassen. Tja, J-Grips. Von den Ratten kannst du noch was lernen. Moment. Hört ihr das, Leute? Ein Flugzeug. Ein Rohr. Es ist Zeit. Bewegung. Jawohl. Ich sag das an. Oh, no. Oh, no. Verpisst er sich jetzt in der Zeit, oder was? Der Stuka kommt zurück. Vorsicht! Oh. Oh. Wieso ist das so unfassbar skriptet, Alter? Das will ich hoffen, Alter. Ich will ihn noch in ihm abknallen. Wahrscheinlich hätte ich mir das MG 82 nehmen sollen, was hier irgendwie angekündigt wurde gerade. Ich weiß nicht, was hier noch eins ist. Oh, Digga. Gib mir halt keine Deckung, ey. Doch, wer, Krautfrescher! Sie fahren über die Landebahn! Da kommt er! Sie fallen zum Feuer! Sie fallen zum Feuer! Nein! 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 No, nein! Lol, als ob er mich tötet, Alter. Weiter feuern! Guter Schisch, Lukas! Na super. Ich musste leider spontan Feierabend machen und mache jetzt weiter. Falls jetzt hier irgendwas im Video doppelt ist, wundert euch nicht. Wie ein Wichser. Der Stuka kommt zurück. Vorsicht! Los jetzt! Los! Wow. Ich seh ihn. Er kommt wieder zurück. Ich muss echt sagen, der Park mit dem Stuka ist ganz geil. War nichts besonderes natürlich, ne? Aber es ist irgendwie cool, wenn du so einen Flugzeugpilot hast, der dir hier voll auf den Sack geht. Wann sich ja wenigstens mal ein bisschen spannend. Inszeniert. Wow. Nimm doch einen, ach so, dass du siehst. Wie sieht der aus? Wie du stützt das Ding zum Himmel ab? Hat er denn eine taktische Nucleabombe geladen oder was ist los? An der Küste italienisch-Libyens hatten ein australischer Private und eine Truppe Ratten Rommel ein blaues Auge verpasst. Ihre Taten hätten ihnen Orden einbringen sollen und vielleicht einen Hauch Respekt. Hams sah das anders. Ihre Belohnung war der Knast. Richter hingegen schien nur Rommels Verbindung zu Friesinger zu interessieren. Dieser Idiot hörte Lukas so lange zu, wie es für uns nötig war. Die Stadtverteidigung wurde durchbrochen. Das gesamte Personal wird über den Tunnel evakuiert. Ich hatte Tunnel. Was war der Rest? Wir haben wenig Zeit. Sag mir, was wollte Friesinger von Rommel? Ich dachte, dich interessiert unser Team. Antworte mir oder die Abmachung platzt. Okay, okay. Mach dir nicht ins Hemdchen. Lukas trug auf, so dick es ging. Er musste Richter nur die Lügen auftischen, die der Nazi sich bereits selbst erzählt hatte. So war das Dritte Reich. Ihre Realität war nur Illusion. Man könnte meinen, es hätte Lukas eines Wunders bedurft, das durchzuziehen. Aber er war wie ein Magnet für diese Art von Glück. Der Blitz schlägt bekanntlich nicht zweimal ein. Dennoch fand sich Lukas erst in Tobruk und dann in El Alamein wieder. Die Welt wusste vom Sieg der Alliierten in Nordafrika. Der kam aber nicht durch britische Kommandanten oder mächtige Panzer. Lukas kannte die wahre Geschichte und Richter verschlang sie. Heute stürmt die das Tor zur Hölle. Zur Verteidigung Englands, ihr Freiheit und unser Arzt verliebt. Wie gelangweilt er ist, so guckt. Ehrlich. Also Helms geht dir heute echt einer ab. Wittert wohl eine Beförderung. Nach all den Infos, die der Wächser von uns gekriegt hat. Ist das der Plan, der ihm einfällt? Keine Chance, dass das funktioniert. Was sagt er, Jacobs? Er bedankt sich bei dir und despersönlich für euren Einsatz. Ach, weg mich. Für König und Vaterland. Es ist immer König und Vaterland. Hä? Ist es das, was ich glaube? Wo hast du den denn her? Wir sprechen, ey. Was, warum? Ach, wenn er dich damit erwischt, bist du tot. Doch, denke ich. Was willst du machen? Bam! So, jetzt kommt hoffentlich nochmal eine richtig coole Mission hier. Wir müssen uns ja langsam mal den im Ende nähern. Herr Wien unter Feuer! Jawohl, Sir! Sehr gerne. Ziehen Sie lieber die Rübe ein, Mister. Panzer, oh, shit. Ziehen Sie in Deckung da vorne, Mann! Das ist eine sehr radikale Aussage, mein Freund. Vielleicht mag er ja auch nur Rockfürstchen. Oder einen schönen Eintopf. Oh, das war lecker. Ich schiebe, Mann! Können die auch mal was erschießen, die Säcke? Oh, warte mal. Oh, Mann! Was sind die denn? Feindliches Halbkäpt'nfahrzeug! Gnabte Sonne. Verflucht! Ja, wie die da einfach stehen, mitten auf... Ich komm nicht drauf klar, Alter, dass die alle einfach mitten auf dem Markt rumstehen. Also das hätte man halt echt besser inszenieren können. Sorry, aber einfach... Wenigstens die geskripteten Fights hier. Der könnte doch wohl die NPCs in Deckung stehen. Oh, das ist immer ne Scheiß-Ecke hier, mein Junge, Alter. Jawohl! Wer auch sonst? Ich bin ja der Spieler. Oh, shit. Das sind mal viele. Lieg ich hin, du Fotze! Er läuft einfach raus. Das ist so geil, Alter. Da steht hier noch einer. Oder was? Ne, der ist einfach nur richtig. So, würden sie bitte stehen bleiben? Wo sind die Mörder? Wo sind die Mörder? Die verschanden? Nicht auf der anderen Seite des Franks! So krankes Potato-Aim jetzt, Alter. Ich hab's so schnell rumgestellt, im Battlefield an meiner Maus sind. Runter! Wird gemacht! Scheine eins! Ja, wenn man nix an dem Game feiert, ne? Aber die Mucke ist halt echt nice. Der Soundtrack. Den muss ich mir echt mal in Ruhe so gönnen. Wo ist der denn hin? Guter Schuss! Der ist ja noch mehr Wichser. Feuer auf das Mörser-Team! Da ist noch ein Mörser-Team voraus! Jagt die Mischkerle in die Luft, Lukas! Voll da! Mörser auf zwölf Uhr! Ich seh sie! Feindlich in Garage! Ja, das stimmt, mein Freund. Und ich bin nur am Sliden. Obwohl ich das gar nicht wollte. Ich wollte mich hinlegen, eigentlich. Ja. Gut. Wir werden das nicht rein. Wir werden das auch holen. Ich habe keine Ahnung, ein SCG oder sowas. Boah, tut, Alter. Ganz ehrlich, mein Freund. Guck mal hier. Was ist denn, was für ein Messier? Da! Mörser auf zwölf Uhr! Ich seh sie! Dün, 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 dün. Auf die Mörser-Wichser-Klasse-Türen! Nicht nachlassen! Lauf! Lauf! Ich silisiere, ey. Also wenigstens in der Story hätten sie doch die Waffen halt einfach so machen können, dass sie halt wie echte Weltkriegswaffen nur die Aufsätze hatten. Also wie es halt im Feld genutzt wurde und nicht 5000 Cyber-Aufsätze hier nenne ich sie jetzt mal. Lol, Alter. Oh, shit, Junge. Oh, nein, ich bin wieder rausgegangen, ich trottel. Ach, Gott, ey, wie schlecht. Ah, erstmal Kaffee. Wieso? Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, dass der Typ da oben drauf sitzt? Also, Mörser auf zwölf Uhr! Jo, die Granate platzt halt sonst wo ab. Ich bin wieder rausgegangen, ich bin wieder rausgegangen. Oh, ich bin wieder rausgegangen. Auf die Mörser-Wichser konzentrieren! Nicht nachlassen! Man hat sich... Oh! Wir müssen sich runter! Schäfer! Nach weiter auf der Rückseite! Und weiter! Das sind jetzt viele! Wirklich viele. Hier ist ja nirgends Deckung, Alter. Kipp, Digga. Das ist ein Arsch. F**k yeah! England, f**k yeah! Wir schicken in den Krieg die Australi, yeah! Das war kein guter Reim. Yeah und yeah? Reimbar, wenn es Australi, yeah sind? Nein, oder? Yeah, yeah, nein, Sir. Okay, hey, komm, versuch was zu werden. So, sie wirst jetzt mal tot, nein. Gib mal hier das SCG mit dem dicken Mac. Wie das da perfekt einfach so drin steckt. Wie ne Tür. Anstatt wenigstens aufzuhalten, dass man selber durchkommt. Was ist das Scheiß, Alter? Oh klar, wir walzen einfach durch ne Todeszone. Wir sind hier nicht zum Eierschaukeln. Nicht? Ich dachte, das ist Call of Duty. Das macht man nichts außer Eier baumeln lassen. Oha. Ich wurde jetzt nicht ernsthaft von meinem eigenen Panzer überfahren. Lol, Alter. Ja. Ja, natürlich. Ich mein, klar. Würde passieren. Mach nichts vor. Ach, das ist jetzt Frogger. Ich schwör, das ist original die Battlefield-Melodie am Anfang. Ganz einfach geklaut. Halt und die Infanterie von unseren Panzern werden! Boah. Okay, das war's. Der redet gleich. Er ist ja auch ein cooler Dude hier. Was war denn hier? Was war denn hier? Ich ziehe es ja auch mal eine absolute Knüller. Los jetzt, weiter vorrücken! Wir stehen wieder direkt voreinander. Absolut nice. Aber stumpf rein hier. Let's go. Ob ich das hasse, wenn das passiert? LOL! Ey, wenn die an dir vorbei rollt, die scheiß Granate. Warum ist das auf dem selben Knopf wie Granate? Ich mein. Sein Windmarker läuft. Hä? Was war das? Egal. Echt, die mit dem Krone scheiß. Du musst halt echt davon ausgehen, dass wenn du irgendwo ein Maid siehst, dass es direkt neben ihm Feind steht. Das ist der Indikator. Ja, mach immer weiter, Lucas! Sie holen ab und er rennt auf mich zu. Was ein Spektakel, Junge. Die schlägt zurück! Wo ist Herr? Dieser Fixer soll sein Folgen! In Deckung! Au! Ich muss mich raten, ich muss hier in Deckung gehen. Natürlich. weil hier das Strip kommt. Hahaha! Hahaha! Schicke Gesichtstexturen. Bing! Ich bin okay. Ich bin okay. Aber Major, wir werden hier zermalmt! Befolgt meinen Befehl! Befolgt meinen Befehl! Zieht einen Schutzring! Sichert die Panzer! So? Das soll wohl ein schlechter Witz sein! Wir halten diese Linie! Die Flieger sind im Arsch! Wenn wir diese scheiß Flachs nicht ausschalten, gibt's keine Linie! Sie haben Befehle! Scheiß auf Befehle! Wir nehmen den Hügel ein! Allein? Klar! Ich hab mich und ich hab das! Scheiße! Hier! Nimm das! Wenn ihr die Flachs beseitigt, schießt das Leuchtsignal ab! Dann kann ich die Bombe anfumpen! Viel Glück! Der Major ist halt auch so richtig schön, als ob so ein Dreijähriger einen Bösewicht irgendwie erfunden hat. Was mehr hab ich jetzt nicht? Nur noch die Pistole? Cool. Sauber. Das macht Sinn. Weil man stürmt den Hügel lieber nur mit der Pistole. Ist klar. Oh, was? Oh lol, hier war noch einer neben mir! Den hab ich überhaupt nicht gesehen! What the fuck! Fischbengel! Wow! Wow! Ah, das ist er! Ob ich mal wieder mein Leben zurück bekomme? Ob ich mal wieder mein Leben zurück bekomme? Was? Alter, die Sonne ist halt echt straight aus der Hölle, ne? Mann, so viel Munition! Amazing! Sorry, ich muss mal kurz durch! Hat er gerade einen erschossen? Ich bin begeistert! Hä? Wo sind die da oben? Oh, Alter, du bist so ein nutzloser Mate, ohne Witz! Denn diese kackdreiste Behauptung, ich hätte ihn noch als Verstärkung dabei, das würde reichen, Alter! Schlechteste Verstärkung ever jetzt, dann einfach den Hügel hoch! Kannst du nicht ausdenken, die Scheiße! Haben wir sie alle? Ja, gern geschehen! Ihr geht zu den Flachs! Stell dir mal Helms Gesicht vor! Wenn wir das schaffen! Was heißt ihr? Echt jetzt? Bruder, wir sind nur zu zweit! Ja, wir kommen wieder in den Knast! Ja, danke! Scheiße, das war knapp! Danke für den Tipp, mein Junge! Okay, ich hab schon mal... Ratter, ratter, ratter! Ja! Jetzt kann ich wenigstens YOLO spielen! Oh! Was? Ja, okay! Dann komm ich mal mit! Schöne Klauser kann man... Du sitzt nicht in der Deckung übrigens, ne? Ich sag's nur! Mein Freund! Ja, Collateral! Easy peasy! Was? Wo denn? Achso! Ja, sowas machen! Soweit ich schieße, klebt uns jeder Krautfresser einer Gegend am Arsch! Wir müssen sie abwehren, bis die Bomber da sind! Hilf mir mal mit dem MG! Das! Das Leuchtsignal! Und bang! Jetzt hat er wieder erschossen! Das wär zu predictable! Hätte nicht gedacht, dass der Tag so endet! Hätte da einfach ne Kugel in der Brust stecken! Ach, scheiß drauf! Schön in der Lunge! Mach dich! Kartenbeeren! Oh, welche Überraschung! Wir haben auf uns geschossen! Übel nicht! Mach ich die ganze Zeit! Ja! Wenn wir untergehen nehmen wir so viele der Penner mit wie möglich! Bitte Geld! Scheiß drauf! Die Granaten haben ja richtig was getragen. Hör bloß auf. Kriegsführung, 101. Die Kriegsler machen es einfach, richtig. Das ist ein Fass, was er explodiert. Wirklich intelligent verhalten sich, die Gegner halt mal wieder nicht. Komplettes Zohentaubenschiezen. Ah, ne, egal. Das ist ja echt der Man, man weiß Bescheid. Da kommt ne Halbkette in mein Jungen. Lukas, Halbkettenfahrzeuge von rechts! Ich seh sie! Das hat ja kein... Ich hab nicht für Wände gespielt, Alter. Also Point und Klick, scheiße, hier ist einfach nicht mehr drin bei mir. Aua! Flimsch! So kann ich den hier nicht hoch, Alter. Egal, YOLO. Shit, Alter, hier ist er. Okay, das war's. Shit. Das wäre um ein Haar in die Hose gegangen. Was war das denn gerade? Was ist da unten? Scheiße. Alle, statt Erzwangbewegungen zu machen. Ach ja, das ist ein Käse am Arsch. Na, fühlt sich wohl, mein Freund. Okay. Sie bewegen sich! Unbekündigt! Lukas! Das ist ein Brau-Panzer! Panzer? Scheiße! Wie viele? Spielt das eine Rolle? Halt einfach drauf! Die drauf auf den Panzer, oder was? Yes, weiter geht's! Wie viele hast du? Absolut spannend! Wir müssen die Ära schon weiter abwehren! Jetzt kommt gleich die Bomba. Super. Es! Scheiße! Komm schon der Es! Schnell auf! Ist eingepennt, das besoffene Schwein. Ich flucht! Was ist das? Bomba! Bomba! Fuck yeah! Jacobs hat dein Leuchtsignal gesehen, Des! Schuße, ja, Des! Des? Deine Eingeweine liegen auf dem Boden. Des? Gefallene Soldaten. Ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Das sagte ich, Lukas, als wir uns das erste Mal trafen. Der Krieg wehrte uns beide diese Lektion. Die starre Hierarchie des alliierten Kommandos sah in Lukas nur seine Charakterfehler. Ungehorsam, pflegelhaft, nicht unvertraut mit einer Gefängniszelle. Er war perfekt für mein Team. Auch mit diesen fiesen rechten Haaren. Schön eine durch geht's zum Ernt. Lukas spielte seine Rolle perfekt. Richter war verwirrt und stellte alles in Zweifel, was er zu wissen glaubte. Alles okay, Mann? Du siehst ein bisschen blasser aus als sonst. Bitte. Das Ziel. Das Ziel. Das Ziel. Es ging nie darum, den Krieg zu gewinnen. Es ging nie darum, den Krieg zu gewinnen. Das war ein Putsch. Das war ein Putsch. Tempelhof. Dort plant er seine Flucht. Er taucht mit dem Reich unter. Oh, warte mal. Du warst nicht in den Plan eingeweiht? Tja, wir werden wohl beide auf dem leichten Berg dahinten enden. Eins hab ich gelernt. Im Studium alliierter Strategie. Redundanz. Man braucht einen Plan B. Mit den Sowjets in der Stadt. Jetzt ist Lady Nachtigal mein Ass im Ärmel. Ich lasse sie für sicheres Geleit frei. Also das ist ein Bombenplan, Fritz. Richtig guter Plan. Das hätte vielleicht funktioniert. Verdammter Wade! Nein, nein, bitte. Ich lasse mich gehen. Du hast nur einen Fehler gemacht, aber was für einen. Du dachtest, du hast uns. Redundanz, Mann. Wir haben immer einen Plan B. Soeben kam die Nachricht. Wir haben sicheres Geleit aus Berlin. Drei Jahre warten wir auf diesen Moment. Manch guter Mann ging verloren. Rommel. Steiner. Hetzel. Aber ich versprach euch, Projekt Phönix würde gelingen. Hitler bezahlte für seine Schwäche. Und er geht zu Recht in die Geschichte ein. Als Versager. Und Feigling. Die Rotarmee ist im ganzen Arm. Und Berlin brennt. Aber aus der Asche ersteht unsere Vision von etwas Größerem. Auf das vierte Reich. Freilf Risiken! Hey, Boss. Der Plan zieht. Hallo, Kumpel. Erkennst du mich? Sieht aus, als hast du einen Fan. Was machen wir mit ihm? Ich hätte ein paar Ideen. Schatz mal, du willst die Ehre, Boss. Nein! Nein! Das ist deine Chance. Projekt Phoenix. Ich kann die Beweise liefern. Sch-sch-sch-sch. Du hast dein Teil getan. Rechts vom Jugulum. Unterm schlissen Bein. Das ist für Richard. Was gut, Kleine Maus. Richter denkt, Friesinger hat Hitler getötet. Ja, er taucht mit dem Reich unter. Die will entkommen. Flughafen Tempel. Na raus! Die Kacke ist am Dampf! Die hätten einfach echten Film draus machen sollen. Seriously. Wir können hier raus. Jetzt sofort. Mit dem ersten Transport zum Abendessen nach Hause. Oder wir beenden das. Stellen Friesinger und begraben das Reich endgültig. Vielleicht sterben wir in Berlin. Ganz sicher sterben die Nazis. Was wir auch tun, wir tun es zusammen. Friesinger kommt nicht aus Berlin. Schatz, und meine Lamingtons können warten. Wait. Man tötet ja nicht alle Tage einen Führer. Dann kann ich doch nicht Nein sagen, oder? Also nach dir. Die Nachtigall. Nur damit du es weißt. Es könnte immer noch sein, dass ich euch alle töte. Ja. Irgendwelchen Querschlägern, oder was? Diese Tunnel führen direkt nach Tempelhof. Es ist der schnellste Weg, während sie oben kämmt. Ich kann hier einen Scheiß sehen. Schau mal. Das war Friesinger. Ich verstehe das nicht, Dude. Das Spiel sieht manchmal so fucking gut aus. Nicht vielleicht an Licht und Schatten, aber teilweise sehen die Charaktere so Banane aus, wenn sie nicht dran sind. Du stehst ja richtig gut da. Richtig, richtig gut gelernt in der Grundausbildung, wo man sich hinstellt. Da war einer noch, Lady Nachtigall sonst. So, gib mir erstmal hier eine vernünftige Waffe, bitte. Danke. Ja, halt die Fresse. Ich schieße mit diesem Eimer nicht. Ach, die obligatorische Autofahr-Einlage. Das ist der Kühl und kein Rennwagen. Brauche nur Sicht auf seinen Kopf. Schwerer Schuss, wetten wir? Wie viel willst du denn verlieren? Ja, ich kriege kein freies Schuss, Herr. Natürlich nicht. Du sitzt ja auch vorne. Das war eine spannende Autofahrt. Das ist ein Pack 38, die bringt die Tunnel zum Einstürzen. Das ist ja die Fass-Berliner-Eschung. Ja, dann schieß doch mal. Ja, dann schieß doch mal. Oh, das ist einfach die beste Waffe. Dann, dann. Wieso ist die Mucke jetzt übertrieben laut? Ich meine, ich finde sie geil. Ich meine, es ist ernst, ernst, Alter. Die Mucke ist fett. Wir verlieren ihn. Oh, Drogen. Mein Drogenkoffer. Und sein Empfangskomitee. Warum hast du da so'n Koffer? Mein Freund. Mit so'n Geschäftsmann einfach ein reiches Adel auf seinem Koffer. Achso. Ja gut. Wer weiß es vielleicht, dieses Jahr. Wirklich so vieles. Gebt ihm keinen Raum. Achso. Und hier sind natürlich wieder... Ich hätte es aber auch überall einfach... Hier, Granaten. Das ist ja offensichtlich ein Spiel, wo ich einfach Granaten schmeißen soll. Weiter so. Ruhe. Schon immer im Weltkriegsspielen. Mein absoluter Liebling. Einfach K98. Kein Visier drauf. Und dann gib ihm, ey. Einfach am meisten Laune. Und ich glaub sogar, dass es in COD 1 das erste Mal wirklich war, dass ich das so benutzt und wahrgenommen hab. Weil im Battlefield gab's keinen Ironsider, Mann. Was ist denn hier? Ach, das ist wieder so'n Todesspacko. So'n Terminator. Wo sind die anderen, Alter? Hallo, ist das ein Gegner? Könnt ihr den bitte mit angreifen? Achso, ohne meinen Call geht das natürlich nicht. Arthur, wie sieht's aus? Gemeinsam stark. Ja, die Verbünde haben richtig viel gemacht, Alter. Ich liebe es. Hier einfach redig Gas gegeben. Kann man nicht anders sagen. Was wär' ich bloß ohne meine Mates? Oh, der weiß. Wer wäre so gern der Führer sein? Kann sie doch auch selbst erschießen. Dün, 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 dün. Ich würde mich tot gelachen, wenn jetzt auf jedem Koffer so'n Adler gewesen wäre. Hier, das meine ich, das sieht doch geil aus so mit der Beleuchtung und so. Also, die Kampagne ist nicht schlecht, aber sie ist halt auch nicht super gut. Also, ist okay, kann man, kann man mal durchspielen. Aber ist der absolut typische Call of Duty-Stuff. Ja, weil auch jeder Zivilist dafür was konnte. Das ist die Widerstandskämpfer gleich mit bombardiert, ne? Ja, das ist Polina. Ja, wo müssen wir rein? Achso, das sind... Laufen halt einfach direkt nebeneinander vom Kei-Dude. Null! Wo ist denn den Kopf ein, der sagt? Wir müssen noch irgendwo Granaten... ...granatenkisten sein. Sind da sonst immer welche da? Ja, ne, das ist normale Monie. Das man aber auch nicht ein bisschen wenigstens schneller laufen kann beim Nachladen. Hast da die übelste Action, überlebst jeden Scheiß. Aber beim Nachladen muss er Slow-Mo machen. Ja, beide erwischt. Nice. Kann die Mucke mal aufhören, so fucking nice zu sein. Wieder hier. Achso, ich kann nicht mal Befehle auf normale Seite angeben. Nur auf irgendwelche Stellung. Wait, Alter. Wait, wer pisst dich? Der Flughafen ist nach vorne. Weiter. Wir machen fort. Genau, lass den Nazi da rechts stehen. Ist kein Problem. Egal, wir sind fast da. Geil, einfach laufen. Sehr alles geskriptet hier. Yippie. Süße Seite. Typische Call of Duty Moment. Geh rein, such ein Fenster und schalte die Schützen aus. Ich mag dich danach vielleicht. Du es. Wait. Lucas, komm mit mir. Polina? Achso, das ist jetzt der Charakterwechsel. Alles klar? Das war mir irgendwie klar, dass sie das machen. Dass man halt jetzt von jedem nochmal kurzen seine Speciality-Spieler nicht braucht. Aber ich bin dann einfach ruhig, egal. Achso, ich muss hier und durch hier. Na ja, das Ding hier. Auch schön, dass wieder die anderen Dudes da völlig nutzlos sind. Das ist jetzt bestimmt ein besonderer, wenn wir anderen da sind. Cooler Slide auch. Aber es ist nicht genau die gleiche Bude wie am Anfang. Können die zu uns? Nee. Ja. Nee! Okay, Alter. Ich dachte, die plündern hier schon Kohle vor sich hin. Was haben die hier gesucht, Alter? Den Führer, oder was? So, ich hätte mich hier durchschleifen sollen. Verstehe. Kannst du mal bitte sterben, du Wichser? Nein. Nein, Alter. Einfach komplett angezeigt. Das kann natürlich in diesem Easy-Mode-Sending liegen. Warte mal, ich bin Scharfschütze. Vorsicht. So. Man muss auf seinen Tank schießen. Schön, dass die mich überhaupt nicht peilen hier oben. Die sind ja klug wie Bohnenstroh. Das zieht nicht mal das Feuer eben wieder. Ah, jetzt... Ich muss die jetzt alle einfach der Reihe nach abschießen und dann ist fertig oder was? Ja... Blösspannende Missionen. Das waren ja schön. Zwei. Man muss auch Munition sparen. Das war nix. Der Party ist halt übel langweilig. Muss ich leider sagen. Wenn einfach nur irgendwelche Dudes abknallen, die da einfach dumm rumhocken. So kann man natürlich die Spielzeit auch strecken. Die Motivation ist über 9000 gerade, wie ihr merkt. Was? Was ist hier eigentlich, Alter? Was will das denn jetzt? Kommt da jetzt nicht mal wieder Neues? Oh mei, irgendwas falsch oder was? So, da ist noch... Hä, warte mal, der Vlammbeer-Vermann lag nur am Boden. Oh, Stutt, Alter. Das ist nicht euer Ernst. Das schlägt, Alter. Ich stehe da drei Stunden und feuere mit dem Ding. Einfach nur, damit man... ...den abknallt. Endless waves. Oh, nein. Ich sehe den Fischbänder. Wie viele Arme wird da hin? Wie viele Arme wird da hin? Oh, wir dürfen hier sogar durch. Ist doch nice. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Verwesung, Verwesung! Verwesung, Verwesung! Ich hab zwei erwischt! Ist jetzt in Ordnung. Wie groß soll das Magazin auf ihr in der Knarre sein? Ja. Müsst ihr nie wieder raus, Alter. Ja, jeet! Ja, jeet! Ja, jeet! Wir sind erledigt! Kein Problem. Erstmal müssen wir uns zerstören. Was? Was? Ach, da ist ein Loch da oben. Ah! Jetzt hab ich's grad gesehen. Ach so, ich hatte die Granate scharf. Auf, lol. Interessant. Vielleicht, dass das geht. Ja, schön, die Kameras im Fußboden. Hahaha! Scheiße! Wait! Du gehst vor! Wir folgen dir rein! Ich werde es kurz machen! Ein Glück! Ihr seid am Leben! Na dann haben wir ja gleich alle gespielt. Rein da! Hallo! Aaaaaaaaah! Das ist so eine Scheiß-Mechanik an der Maus. Ohne Witz. Oh! Oh! Mann! 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 Und das Ding trifft nicht mal besser als man selber, ist auch geil. Ey, das ist halt eine Million Prozent Controller-Logik hier, leider. Gibt es nicht einen Limefire? Ach so, wurde nicht angezeichnet als freundlich. Ich schnapp dir die Krauchfresser auf der Treppe! Beste Rackdolls ever! Schöne Waffe auf jeden Fall. Es ist völlig nützlos, das Ding. Ausbrechen! Wir müssen es sehr doll betonen, denn wir sind deutsche Soldaten! Das hier wäre doch auch eine gute Multiplay-Map gewesen, oder was? Wahrscheinlich aufgespart für ein DLC. Pass auf, die kommt noch. Das Loch sieht so strange aus. Kunst! Jetzt wollte ich hier schon looten, Alter, what the fuck? Was? Recht damit, braucht kein Mensch. Hey, Lukas, hast du einen Knaller für mich? Bestell Größe von mir! Jaaa, cool. Voll immersiv, wenn das Game für mich zielt. Amazing. Oh, lol. Ich durf mich nicht mal bewegen, Alter. Man muss hier stehen, damit er mit Messer kommt, oder was? Jetzt wird er mich jetzt komplett wechseln, oder? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich kann nicht glauben, dass wir uns mal einig sind. So, war das jetzt aus, als wir sehen, den Spielgrafik, Alter? Schön, dass wir uns alle verstehe. Das haben sie geschafft, aber den Rest müssen sie Sequenzen machen. Ich sehe das Taxi hier raus, kann nicht weit sein. Da wären wir. Kurz vor dem Ende. Genau. Dann haben wir uns den Bastard. Für Novak! Und für Richard. Das endet heute. Ist das soweit? Ich musste kurz nochmal vernünftige Waffen aufsammeln, sorry. Eure sind einfach scheiße. Scheiße, wo ist er? Er muss auf der Räuberant sein. Rauch vorauf! Vorlesjäger, Beeilung! Macht euch bereit! Asas, er hat sich nicht gesehen. Wie viele sind denn das? Lol? Okay, das sind auch noch so viele. Ah, lol, ey. Da haben sie sich etwas ausklariert mit den tollen Todesjägern, ey. Er muss auf der Räuberant sein. Rauch vorauf! Todesjäger, Beeilung! Macht euch bereit! Da sind ja überall so Fässer. Das klappt ja super. Ach, das sind Kopper oder was? Nö, man kann es einfach nur nicht so schießen. So stark sind die am Ende dann doch nicht. War wahrscheinlich nur anstrengend auf dem Veteranen-Modus. Ey, ich bin froh, dass ich das nachher umgestellt habe. Ich, also, es, finde ich persönlich, verbessert das Spielerlebnis halt auch nicht, wenn du permanent irgendwie aus dem Nichts plötzlich one-geschottet wirst, weil einer direkt hinter dir... Wow, was für eine coole Sequenz. Er ist so immersiv und so spannend. Schießt jemand. Natürlich da... Achso. Hä? Ich denke, wir wollen die töten. Achso, gefangen. Mein Fehler! Hä? Ich muss das nochmal machen? Was ist denn das für ein Käse? Warte mal. Hä? Wurz? Ich warte auf den Boss! Schaltet den auf dem Spick auf! Die Save-Pot sind halt auch... Also, die Save-Pot sind halt super schlecht gesetzt hier. Teilweise. Geht dein Furzscheiß da weg. Komm raus, du Asif! Okay, wenn ich davon nicht auf den Reifen schieße, ich probier's gar nicht erst. Es ist halt gescriptet. So ein... So ein... Okay. So ein... So ein... Ja, ich habe Unterstützung, so wie ich es eigentlich die ganze Zeit hätte haben sollen. Jetzt darf ich wieder nicht rennen, damit es auch alles passt. Und Sinn ergibt, lol. Meidet sie durch schnelleres Bewegen, Digga, man wird langsamer gemacht. Und das Spiel sagt man, sie wird schneller bewegen. Der maximale Troll-Move, Alter, verlangsamt dich und sagt, Hey, du musst dich schneller bewegen. Okay. Weißt du Scheiß, dann bewege ich mich nicht mehr schneller langsam. Auch so toll, Alter. Really schön so eine Dodge-Sequenz hier. Man kennt ihn. Einfach immer ein gutes Future, Alter. Keiner trifft mich auf einmal. Vorher bin ich ein absoluter Kugelmagnet. Da lacht der Wichser. Ihr könnt mich nicht töten. Und doch sind wir hier. Nicht mal die Alliierten überlassen so eine Entscheidung untergeben. Wir brauchen den Leben, Boss. Wir brauchen die Informationen, die er hat. Hey, töten oder mitnehmen. Ich starte jetzt. Er wird nie reden. Nein. Steh auf! Eure Nationen behandeln mich sicher gut. Und zum Dank für meine Kooperation. Ein friedlicher Neuanfang. Ein Luxusleben in Amerika. Liegt mir vielleicht. So ein Wichser. Und nicht eine neue Familie. Nein, niemals. Du kriegst keinen Neuanfang. Sind die Narn-Nen-Wichser. Hehehe. Ja, quarts mal eine. Das ist der neue Anfang. Projekt Phönix. Jawohl. Ich bin nicht mehr auf, wie ich bin. Wie wertvoll. Ich für euch sein kann. Scheißegal. Du bist es nicht wert. Schön neben den Tonnen, Alter. Na, wie fühlt sich's an als Phönix? Hat's als Kohlebrikett noch dienen. Wie sieht's da draußen aus? Es wird brenzlig. So wie ich es mag. Sehr clever auch, mit dem Nazi-Bomber jetzt abzuzittern. Hey, wir sind wieder im Geschäft. Du bist bestimmt nicht abgeschossen. Du bist bestimmt nicht abgeschossen. Sehen wir nach. Aha. Die Kapverdischen Inseln. Die Bahamas. Argentinien. Sogar die Antarktis. Gott. Diese Bastarde haben Geheimoperationen auf der ganzen Welt geplant. Direkt vor unseren Augen. Hey Leute. Seht euch das an. Es geht los! Das ist der verdammte Jackpot. Na los. Hau rein. Was ist denn das? Projekt Nova. Ich hab was Besseres. Projekt Äther. Wieder Auferstehung. Wenn irgendwer etwas Nazi-Gold. Wir haben noch einiges zu tun. Macht weiter. Öffnet sie an. Da bist du. Ich wollte gerade den Autopiloten testen und nach hinten kommen. Was ist Projekt Aggregat? Die heime Fort-Zweiraketeneinrichtung. Denkst du, du könntest die fliegen? Ich kann alles fliegen. Festhalten da hinten. Die Mission war abgeschlossen. Aber mehr würde folgen. Im Feuer geschmiedet waren wir die Speerspitze. Wir waren Vanguard. Ah, daher der Name. Voll die Origin-Story, yo. Erstmal nochmal einen schönen Ladebildschirm. Ah, jo. Jo. Vanguard. Nenner Film. Ähm, historisch sag ich jetzt mal nicht so 100% korrekt. Wobei, damit kann ich leben. Ähm. Vielleicht ist das irgendwie Vorspuren hier. Ich glaube, niemand will den... Verdammte Scheiße. Ja, dann lass es durchlaufen. Ist egal. Ähm. Ja, es ist halt einfach 100% Call of Duty. Also, es ist halt egal, wie sie es verpacken. Ähm. Und sie haben es an ein, zwei Stellen auf jeden Fall sehr gut verpackt. Die meiste Zeit war es okay. An ein paar Stellen war es einfach schlecht verpackt. Am Ende des Tages machst du in Call of Duty Singleplayer-Games halt absolut immer das Gleiche. Es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Ähm. Schon ein Erfolgsrezept, was für die scheinbar gut funktioniert. Und offensichtlich auch viele Leute wollen. Also, ich hab von vielen gehört, sie fanden die Kampagne super. Ich hab aber auch von Leuten gehört, die fanden sie langweilig. Ähm. Ich fand sie okay. Das Spiel nur für die Kampagne zu kaufen, glaube ich, wäre Geldverschwendung erster Güte. Meiner Meinung nach. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Ja, und zum Multiplayer habe ich mich ja schon auf meinem Hauptkanal sehr, sehr intensiv geäußert. Ich denke, ich werde das jetzt durchlaufen lassen. Das schneide ich weg. Das Ende hier. Falls da nämlich gleich noch die Sequenz kommt. Weil da wird mit Sicherheit eine Zombie-Sequenz kommen. Die zeige ich euch natürlich. Aber jetzt hier, weiß ich, 16 Minuten lang einen Abspann drin lassen. Ist, glaube ich, unsinnig. Also, sag ich mal bis gleich. So. Das war der Abspann. Direkt nochmal einen Erfolg für bekommen. Nice. Das Ende. Ich fühle mich, als hätte ich was geleistet. Äh. Okay, da kommt nichts. Interessant. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Das ist nochmal die Sequenz. Ja. Okay. Hä? Ungewöhnlich. Gut, vielleicht habe ich dir was falsch gemacht. Auf jeden Fall. Ja, das war's. Das war God of Duty. Wir werden ganz in den Player. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Auch gerne mal Feedback zum, äh, sag ich mal Let's Play. Auch wenn ich das ein Unwort finde. An sich. Ähm. Was kann ich anders machen? Was kann ich besser machen? Habt ihr euch gut unterhalten gefühlt? Ähm. Ich muss ehrlich sagen, zwischendurch habe ich ein bisschen gestruggelt, mich zu motivieren, das weiter zu zocken. Weil es halt, ja, es war nicht leicht auf Veteranen, weil man super schnell stirbt. Aber man stirbt nicht unbedingt nur, weil man Fehler macht, sondern weil halt einfach plötzlich einer hinter dir steht, den du nicht hörst. Und dann hatte ich halt einfach keinen Bock mehr. Und dass ich das mittendrin gewechselt habe, lag einfach nur daran, dass ich einfach mal fertig werden wollte mit der Story. Damit ich mich wieder anderen Dingen zuwenden kann. Und, ähm, ja. Ich denke, das hat jetzt auch dem Let's Play jetzt keinen großen Abbruch getan. Freut mich, dass ihr da wart. Vielen Dank nochmal fürs Zugucken. Es freut mich extrem, dass wir den Uncut-Kanal jetzt schon so gut am Start haben. Und dass das so guten Anklang findet. Und, ähm, ja. Da kommt auf jeden Fall noch einiges an Content. Und es ist super angenehm, einfach auch so ein Single-Player-Game einfach komplett hochladen zu können. Ohne, dass ich mir Sorgen machen muss, dass auf dem Hauptkanal irgendwie der Algorithmus wieder plötzlich irgendein Torrett kriegt oder so. So. Das war's von meiner Seite aus. Danke fürs Zugucken. Und nicht vergessen, man kann mich auch abonnieren. Tschüss.